Hallo, mein Name ist Juppi, ich bin von der Ufa-Fabrik in Berlin und ich sitze hier in diesem historischen Kinosaal auf dieser wunderbaren Bühne und ich darf Ihnen Wolfgang Neuss ankündigen. Sein Auftritt hier war am 8. Mai 1985, also 40 Jahre Kriegsende. Er kündigt seinen Film Wir Kellerkinder an. Wir werden diesen Film nicht sehen, aber es ist doch nicht wichtig, weil er redet über sich, er redet über Deutschland und er redet einen Text, wie Sie ihn, glaube ich, noch nie gehört haben. Ich kenne ihn aus dieser besten Zeit nicht als Kabarettist, als sogenannte Nummer 1 in Deutschland, sondern ich kenne ihn als einen Philosophen und diese Worte werden Sie jetzt hören. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Wolfgang Neuss. Meine lieben goldigen Mitmenschen, oh, ich habe ja zwei Mikrofone, meine lieben goldigen Mitmenschen, so fange ich nur mal heute an, weil ich muss auch ganz anders arbeiten als gestern, wollte ich gleich mal sagen. Guten Abend, wollte ich auch gleich mal sagen, ganz ernsthaft. Meine lieben goldigen Mitmenschen, habe ich immer 1945 erzählt, aber habt ihr nicht gemerkt, Juppi hat gesagt, sag nicht Sie wieder zu den Leuten heute Abend, ja? Meine lieben goldigen Mitmenschen, ich soll nicht Sie zu dir sagen und ich sehe doch Leute, zu denen ich sehr gerne Sie sagen würde. Also ich meine das jetzt nicht bösartig, sondern es ist bequem, verstehst du? Ja, den Film Wir Kellerkinder soll ich also heute Abend einladen und ihre Vergangenheit bewältigen. Zweites habe ich gestern gemacht, das mache ich heute nicht. Ich leite mal den Film Wir Kellerkinder folgendermaßen ein. Als wir den gedreht haben, 1960, da müsst ihr euch ungefähr vorstellen, da bin ich heute so eine Art Flick-Type, ja, hier, oder Axel Cäsar, ja, ecke. Damals war ich eine Type wie hier, heute der Charlie Chaplin, wenn er nicht seine Uniform anhat, wenn ihr den kennt vom Ufergelände. Charlie Chaplin. Also ein ganz winzier Typ, unmöglich, Mann mit der Pauke habe ich geheißen hier in Berlin und bin mit so einem Ding rumgelaufen, ja, immer in der Waldbühne, ein Witz gegen Ulbricht, ein gegen Adenauer, Bums, Gage drin, Augen zu, nichts gewusst. Nichts gewusst, ja, aber Mann zum Film, wie kommt man zum Film und dann das Richtige machen. Müller natürlich, mit Müller immer unterwegs, jetzt stürzt Müller ab, ne, aus 14 Meter Höhe und ich will die Kellerkinder drehen, ja. Also ich meine, das war natürlich eine Überleitung, die unmöglich ist, aber es ist ja auch schon 40 Jahre her, wa, oder 30. Ja, der Film ist 25 Jahre her. Also ich, wie mache ich das? Ich sage, ich schreibe, ja, wie hast du überhaupt eine Idee? Ja, natürlich, ich sage, ich habe doch die Idee, ich muss den Film drehen. Wie ist denn die Idee der Kellerkinder? Na, die Idee ist, dass 1957, 58 Leute in Deutschland waren viele, halbstarke, also damals die Freaks, ja, zu denen gehörte ich, die malten Hakenkreuze an Wände, überall, in der ganzen Stadt, überall. Und es waren doch keine Nazis. Und das war die Idee, ja. Also, dass die Leute zu ihren Eltern gingen und sagten, ach, der ist noch, der hat sich jetzt so schlecht benommen die letzten drei Jahre, der war so faschistisch, dem mache ich mal ein Hakenkreuz an die Toilettentür. So war die Idee, war es, ne. Und dann kam noch die Idee dazu, also, ich sage zu meinem Co-Partner, den ich damals hatte, ein gewisser Herr Oppenheimer, ich sage, Sie mein Hausjude, sage ich zu ihm, ja, wie denken Sie denn darüber, wenn wir heute 1960 so einen Film mal planen, wo Leute ein Hakenkreuz malen gehen, an Türen, wo Nazis noch wohnen? Ich sage, naja, also, wenn da kein Sex drin vorkommt, interessiert mich das sowieso nicht. Ich sage, bitte, Herr Oppenheimer, sind Sie denn überhaupt kein Anti? Was, sagt er, was haben Sie da eben im Mund gehabt, Anti? Ich sage, da hören Sie mal zu, Neuss. Wenn heißes und kaltes Wasser zusammenfließen, denn ist es doch hier lau, oder? Und da habe ich sofort mit dem den Film drehen wollen, ja? Damit Sie nur wissen, was das für ein Film ist. Darum müssen wir ihn nochmal drehen, weil ich sehe ja alles, komm, die 750-Jahr-Feier, was sollen wir denn zeigen, außer in den Kellerkindern? Ja, wollen Sie den alten Fritz sehen, oder was? Otto Gebühr, war es Otto heute hier? Otto Walkes sollte den Film nochmal drehen. Wirklich, das wäre der richtige Produzent dafür. Würde ich ihm sofort die Rolle von Jo Herbst, der ist ja nun leider verstorben. Also, ich meine, er ist unter uns, will ich damit sagen, ja? Der Jo Herbst ist, also, ich kann Ihnen nur eins sagen, wenn Sie mal richtig hingucken, Sie werden selten so einen Komiker gesehen haben. Ich werde ganz kleinlaut dabei, und der Gruner, Wolfgang Gruner, war noch nie so gut wie hier in diesem Stück. Ich mache keine unnötige Werbung für das Ding. Ach, habe ich doch gar nicht nötig, Mann. Ich kann doch ganz andere Dinger machen. Ich mache auch nicht gerne ein Remake. Ich war immer gegen Remakes. Aber die Kellerkinder nochmal zu drehen, nach dem Theater, was man nicht... Man kann ja gar nicht mehr... Heute geht's nur, heute haben wir nur endgültig kapituliert, ja? Auch mit den Reden, meine ich. Endgültig. Also, heute ist schon wieder nichts mehr vom KZ und vom Kulturzentrum und von all dem... haben Sie alles weggelassen, wieder geht's wieder hart, Zimmermann ist wieder hart am Ball, ja? Die Bundesextekammer will ihm sofort das Sprichwort entziehen. Ja, der Spruch, den werde ich nicht einschicken, ich dachte, der kommt besser an. Schade. Ich habe gesagt, die Bundesextekammer will Zimmermann das Sprichwort entziehen. Den könnte man doch beim Stern einschicken, ne? Mensch, mit dem Stern habe ich ein R. Ja, ja, das können Sie sich ja gar nicht vorstellen. Ich wollte heute extra nur ein bisschen plaudern, kein... Erwarten Sie von mir irgendwas? Dann lese ich gleich ein Gedicht aus meinem Büro vor, ist ganz klar. Ne, aber ich wollte erst nochmal erzählen, da kann man ja hinschicken, was man will, die drucken ja nur, was sie wollen, ja? Und kein Platz, immer sagen Sie, kein Platz. Ich habe da noch eine Käseannonce, hat er mir neulich gesagt, die muss... Ach, da habe ich noch einen Videoclip, einen Horror, den muss ich noch um... Ja, sage ich, nein, ich sage, kannst du nicht mal auf mein Buch hinweisen? Nein, da muss ich ein Buch weglassen. Na, ich schicke den natürlich die entsprechenden Dinger, nicht? Neulich habe ich ihn eingesandt, der sagte, jahrelang habe ich den Stern am Arsch geleckt und habe als Grüß August dann immer nur gefragt, hat das geschmeckt? Heil Nannen! Essen und Trinken hält Guna und Ja zusammen, das ist doch ein angenehmer Druck. Wissen Sie, was die mir zurückgeschrieben haben? Telegramm, ich denke, mein Kuhjauf heißt. Haben die mir zurücktelegrafiert, ja? Wir kommen nochmal darauf zurück auf den Stern. Die wollen ja jetzt hier, SDI-Forschung, sind die Deutschen ja voll dabei, die wollen ja zum Pokalentspiel Pfingsten den Neuberger auf so einem Feuerstuhl einschweben lassen, ja? Hoffentlich landet der in der Flamme da. Naja, ist ja ein guter Mann. Alles, was Berlin verkleinert, ist nicht schlecht, finde ich auch, nicht? Neuberger ist auch eine Art Mauer. Ne? Gut, Scholli. Scholli steht da drüben. Da habe ich gesagt, wenn keiner lacht, lacht du mal dazwischen, ja? Ehrlich, ich habe früher immer mit eigenen Lachern gearbeitet, immer. Und heute bei Video hört man doch dann draus, die Lacher, nicht? Ist doch ganz toll. Aber heute ist Gott sei Dank die Bürgerinitiative Bubi Scholz nicht hier, das ist ja schon mal ein Glück. Den haben Sie mir auch zurückgeschickt. Na, den hätte ich mir selber zurückgeschickt. Ich meine, dass Bubi Scholz also unschuldig ist, weil der für eine Frau noch nie einen Finger krumm gemacht hat. Also, weil, ich will, das waren so früher, ja? Das waren so früher die Paukenwetze, ne? Ne, aber wie das so stimmt, will ich nur sagen, gestern war ja in Ulse Reichel hier mal und wollte mal sehen, ob der Neues noch was zur SPD. Ich habe natürlich gesagt, alles dies, was wir jetzt erleben hier, die ganze Versöhnung ist ja, was dieser Präsident Regen da gerade macht, mit der Versöhnung, was er so einleitet, das hatten wir schon jedes Jahr. Immer bei Dallas, bei Adenauer, immer Versöhnung, Versöhnung, nie Verschwisterung, ja? Nie. Also, immer Versöhnung, also immer auf der Basis Vater, Sohn, Enkel, Opa und so, aber nie was anderes, ja? Also, darum tut es mal mit den Röckennot mit Amerika. Also, ich habe Jesse Jackson sagen lassen, da muss man eine Frau ran, das geht so nicht weiter. Möglichst zwei Frauen gleich. Ja, also, dieser Präsident, der ja nun hier noch als Adenauer, als alter Adenauer kam, aber seit Pitbull hat er nun den Adolf eingefangen, ja, den Geist, und Sie wissen ja, wir haben ja mit Hitler nichts mehr am Hut, ist doch klar. Das war, wir haben doch längst Schmittler, Mann. Wir hatten doch zwölf Jahre sozialliberale Koalition, und das ist unsere jüngste Vergangenheit, die haben wir zu bewältigen. Wir sind ein glückliches Volk, wir haben es nochmal geboten gekriegt, alles im Leben, man kann nichts bewältigen, alles im Leben wiederholt sich. Ist doch klar. Und es hat sich wiederholt in der sozialliberalen Koalition. Und warum ist der Schmittler der Schmittler geworden? Ich bin ja gar nicht böse auf den Helmut, aber ich sehe es. Und darum sage ich, man kann nichts bewältigen, man kann nur checken. Es gibt nur noch checken. Checkst es nicht? Ich jetzt, wenn ich hier fertig bin, auch wieder check, ja? Also, ist ja nichts zu holen hier. Heute hat er mir einen rentgedeckten Check angeboten, also. Schick ich auch nicht ein, kommt auch nicht richtig an. In der Blüte meiner blauen Tage spürte ich, dass Spaß ein Luxus war, den man mit der Apothekerwaage abwog, denn er war entsetzlich rar. Und das Land der Dichter und der Henker, ach, es war im Antlitz Grau vor Rauch. Ohne Inhalt blieb so mancher Kognak-Schwenker, auch an Leere blieb so mancher Kopf und Bauch. Da beschloss ich, ungebeten, Spaß zu machen für Moneten. Etwa so. Ich komme zum Arzt und ich sage, Herr Doktor, meine Frau bildet sich seit circa zehn Jahren ein, sie sei eine Henne. Aber, aber, sagt der Doktor, warum sind sie denn da nicht eher gekommen? Ich sage, Herr Doktor, wir haben doch die Eier gebraucht. Und die Herren von der Industrie flickten ihre löcherigen Taschen, schrien begeistert, weg mit Schutt und Aschen, her! Mit einem Spaß fürs liebe Vieh. Prompt schlug ich auf meine Pauke heftig, die mit einer Kälberhaut bespannt, sah das liebe Vieh, war arg beschäftigt mit dem Beifall für den Komödiant. Da beschloss ich, ungebeten, keinen auf den Huf zu treten. Etwa so. Ich komme nach Hause, ich sage zu meiner Frau, ich sage, Grete, sage ich. Wo ist denn hier der Staub von der Kommode? Ich hatte mir da eine Telefonnummer notiert. Ja, ich liebte meine Profession, war auf ein paar Pannen rasch dressiert, ließ die Taschendieberein, ob schon keiner gern sein Portemonnaie verliert. Und dass jene mit geleerten Taschen, und dass jene mit geleerten Taschen meine Kunst genossen und nicht störten, und dass diese, die die Taschen leerten, mich nicht schimpften, eine große Flasche, dann, da beschloss ich, ungebeten, Violin zu spielen, auf der Trompeten, etwa so. Ich komme mit zitternder Hände, mit schlotternden Fingern zum Doktor. Sagt der, Sie trinken wahrscheinlich zu viel. Ich sage, ja, Doktor, aber das meiste vergieß ich noch dabei. Meiner künste Kurs stieg an den Börsen, die nach Kaltleim und nach Weihrauch stinken. Sah mir einer zu beim Karten zinken, griff ich ihn mir notfalls an den Fersen. Denn das konnte ich ums Verreck nicht leiden. Spaß unter der Oberfläche, das passierte nie. Wo ich stand, stand ich in Herzlichkeiten, und in diesen stand ich bis zum Knie. Da beschloss ich ungebeten, Spaß zu machen für Proleten. Es war so, ich sage, Alphons, ich sage, Alphons, wo warst du denn die ganze Zeit? Im Knast, sagte er, habe in der Einbahnstraße geraucht. Doch da fiel ich in ein paar hohle Löcher, und die waren wirklich nicht von Pappe. Und es hieß, geehrter Herr Verbrecher, hier sind zehn Pfund Dreck für Ihre Klappe. Plötzlich ließ ich ihnen den Krieg, den Kalten, wollte nicht länger für Faschisten spaßen. Doch die Herren und Frauen, die auf den Bänken saßen, ließen mich dann ungern schelten und auch walten. Da beschloss ich ungebeten, einige in den Arsch zu treten. Das ist aber lange her, ja. Das war die, meine Damen und Herren. Ich hatte schon bei den Kellerkinder auf Jo Herbst aufmerksam gemacht, ja. Es gibt noch einen Grund, die noch mal zu drehen. Ich muss immer wieder darauf kommen, weil Sie müssen ja noch anderthalb Stunden sitzen bleiben und das sehen, das Ding. Gestern war es ganz große Klasse. Also so ein Publikum, wie die Kellerkinder gestern hatten, das war, ich will das natürlich in Farbe diesmal machen. Aber sonst haargenau so. Die erste Szene von dem Film haben wir übrigens hier auf dem Gelände gedreht. Die an den Schneidertischen, die Szene. Da standen hier 20 Schneidertische. Also ich habe ja erzählt, unter den merkwürdigsten Umständen ist der, ich habe erst mal ein Hörspiel geschrieben. Dann hat der Mann, der über das Hörspiel eine Kritik geschrieben hat, Klaus Geitel von der Welt, geschrieben, da muss unbedingt ein Film draus gemacht werden, weil ich ihm das gesagt hatte, ja. Und dann hat ein Intendant gelesen, da muss unbedingt ein Film draus gemacht werden. Herr Neuss, kommen Sie mal zu mir. Da muss unbedingt ein Film draus gemacht werden. Das sage ich ja die ganze Zeit, sage ich, ja. Naja, und dann hat ein Intendant, Fischer, ich werde nie vergessen, Evangelium, sagt da, gut, fahren Sie nach Hamburg, ich komme da ins Büro. Der Intendant hat Gott sei Dank morgens die Geschichte der Kellerkinder noch gelesen, sagt da, also Herr von Zahn, Sie kriegen jetzt drei Millionen für die Windrose. Wollen wir dem Neuss 250.000 für die Kellerkinder? Ja, ja, hat der Peter von Zahn gesagt, ja, ja, geben Sie ihm mal. Na ja, da bin ich bei Oppenheimer mit dem Scheck angekommen, habe gesagt, jetzt habe ich das Geld. Können Sie einen Film drehen? Ich nicht. So fing das an, das ist wirklich, und dann sind wir bei Kurt Ulrich gelandet. Also Atze Brauner wollte ja nicht. Sagt er, nee, hör doch mal auf, das ist doch ein antifaschistischer Film. Das war ja richtig erschrocken. Ehrlich wahr. Ja, da war ich schon mit meinem Oppenheimer glücklicher, lau, ne, lau, verstehst du? Wie gesagt, die SPD heute, ich springe manchmal ein bisschen, aber ich komme immer wieder auf den Punkt. Ja, das ist eben vom Hundertstens tausend, das mache ich zu gerne. Ich bin ein Assoziationskomiker, da kann ich ja nichts dafür. Das ist die Steigerung von Weißklauen. Wenn er mal das Geld nicht reicht bei Fehler kaufst du Fehler. Also, pass auf, ich komme da, ich denke, was? Goebbels, Göring, Hitler, 6 Millionen Juden, 20 Millionen Russen, was ist denn los? 40 Jahre danach, was wird denn in 50 Jahren, 1995, was wird denn das für ein Fest? Ich meine, die Geste mit der Versöhnung ist ja schon richtig, aber die müsste doch zu Helmut Schmidt sein. Und das ganze Ding heute, gestern, ist doch ein Problem der SPD. Die Christen, die CDU, die CSU, die anderen da, die Hallerfordens, die haben sich doch, die haben sich doch schon... Ja, wenn sie keine Juwelen haben, geben sie mir ihre Zweigstimme. So arbeiten die doch. Ich kenne euch ja und trotzdem mitmachen, gerade Weißgangs da sind und trotzdem mitmachen. Ich kenne euch, Axel Springer, man kann ja kaum durch die Straßen gehen im Moment. Die Leute empfangen ja überall umsonst, so stark ist die Nostalgie. Braune Butter, umsonst. Halbes Pfund braune Butter, umsonst. So stark sind wir nachher, darum ist heute Nachkriegszeit mal. Wir haben mal die Vorkriegszeit einen Moment ausgeschaltet, wir haben Nachkriegszeit, ja? Ja, günstig. Also ich wollte sagen, der Helmut Schmidt, der fuhr doch nach Amerika, als er nicht mehr weiter musste. Also er sagte, die Jusos, auf die kann ich nicht hören, die haben kein Geld. Also, hätte er mal auf die gehört. Also er ließ sich so, wie der Präsident Riegen auch sich hat über sich kommen lassen. Und es ist so, die können gar nichts dafür, die einzelnen Leutchen, dass der Geist von diesen toten Leuten kommt über die Menschen und sie transformieren das und merken gar nicht, wer sie sind. Geht's ihnen nicht auch so? Geht jedem so. Dein Opa sitzt vielleicht hier und du denkst, du bist es, ja? Echt mal. Ich muss darüber schon lachen, aber es wird, ich will nur sagen, vor Wiederholung muss man überhaupt keine, man hat aus der Geschichte gelernt, wenn sie sich wiederholt hat, das ist ganz klar. Und die Sozialdemokraten hätten es so leicht, wenn sie checken würden und nicht bewältigen. Ich meine mal ehrlich, was hätte sich denn der Riegen mit dem Willy Brandt unterhalten sollen? Also die hätten ja kein Wort miteinander. Der hätte gesagt, wo meinen Sie eigentlich, Herr Brandt, wo Süden und Norden ist? Hätte der nur immer gesagt, ne? Ich sage, wir haben jahrelang gesagt, früher, da war ich so groß, na Mann, uns hat ein kleiner Maler aus Österreich reingelegt. Was glauben Sie, was die Amerikaner in 20 Jahren über den kleinen Schauspieler... Ein kleiner Schauspieler war das mal, ja? Ein kleiner Schauspieler aus Hollywood. Naja, wenn das nicht Charlie Chaplin auch gleichzeitig ist. Also, stoßen den Mann in Europa von einem Grab ins andere, so was habe ich ja noch nicht erlebt, ja? Über 70 und stoßen ihn heute in Portugal wieder in einem Grab hängen geblieben. Ja, Leute, ich will nicht so lange machen, ich wollte Ihnen nur, dass Sie verstehen, dass es jetzt nicht mehr um Entnazifizierung, sondern um Entschmittifizierung geht. Warum? Warum geht es denn um Entschmittifizierung? Der Mann ist nach Amerika gefahren und hat gesagt, was haben Sie denn für eine Armee, Herr Kater? Sie haben die Kater, kommen Sie mal her, ihr! Oberleutnant Schmidt hat er gesagt, ja, Oberleutnant. Also, gucken Sie mal, Sie haben ja Frauen in der Armee. Ja, sagt er, so hört sie auf, die Armee. Wenn Frauen drin sind, hört sie eines Tages auf, wie alles aufhört, wo Frauen drin sind. Ja, selbstverständlich. Haben Sie nicht gedacht, dass Sie als Erste das Auto weglegen und denken Sie, ja, Mann ist so blöd, das Auto wegzulegen. Die Frauen werden damit anfangen. Alles machen die Frauen, wo man sie auch reinholt, das hört auf. Erstmal wird es besser. Wo man die Mädchen, ich sage, Frauen sind wir ja, wo man die Mädchen reinholt, da hört alles auf. Wenn man sie ins Handwerk reinholt, wird das Handwerk versaut. Erst blüht es auf. Immer erst wird ja alles sensibler. Aber dann, also darum bei uns Frauen in der Armee, solltet ihr mal gut überlegen, ob das nicht doch der Sinn der Sache ist. Lasst euch nicht von den Blitzmädchen verwirren. Echt nicht. Es ist wie mit dem Tod und der Euthanasie in Deutschland. Man kann über nichts richtig reden, weil das Dritte Reich hat uns doch halt eine Menge versaut, im Reden nur alleine schon, ja. Außer man ist so ein Aus-Witz-Lügner mit einem kaputten Taschenrechner in der Hose, wa? Obwohl, die sind ja auch nicht so schlimm. Wenn einer sagt, es waren nur drei Millionen Juden, naja, dann komme ich ja auf die richtige Zahl schon, ja. Durch den, der die falsche sagt. Ist ja ganz klar, das ist ja die Dialektik der Geschichte. Also wenn man dagegen hält, wird es ja immer besser, wa? Ihr könnt euch vorstellen, was ich in den 50er Jahren dagegen gehalten habe. Der Kellerkinder werden das gleich erzählen. Und es wurde immer schlimmer. Nur weil wir so dagegen gehalten haben. Darum halte ich heute gar nicht mehr so doll dagegen. Weil ich denke, ich tue gar nicht mehr so viel dafür. Warum eigentlich? Die Politik der Umarmung ist die höchste Anarchie, die es gibt. Das weiß jeder Hinterhofbewohner, ja. Wenn man so freundlich ist zu den Leuten, sie im Geiste umarmt, also die können einem gar nicht, man kommt gar nicht an ihnen vorüber, sozusagen, ne? Ich meine politisch gesehen. Na gut, also der ist dann in Amerika gekommen und hat gesagt, die Armee geht so nicht, so können sie es nicht machen, die ist vom Heroin von Vietnam verseucht, ja. Das kann man ja nicht machen, da hat Chemikalien, was sollen wir denn machen? Sie müssen irgendwas erfinden, auch, haben sie nicht gehört, die Russen, SS-20? Also das muss doch Hitler gewesen sein. Der die Amerikaner nochmal so möbelte wie uns, früher, das muss doch Adolfchen Schmittler gewesen sein. Der gesagt hat, warum sollen wir das denn machen, sagt Jimmy Carter. Na sehen Sie nicht die Russen? Der hatte doch den alten Ostlandtrip im Kopf. Der Oberleutnant Schmitt, das muss man doch mal sehen. Und da wirft man heute diesem armen Kohl vor und diesem armen Wörner und all diese armen, armen Christen. Da wirft man ihnen vor, sie verwalten doch nur das Erbe von Helmut Schmidt, mal ehrlich. Und das wirtschaftliche Erbe lügen sie natürlich, weil da war was. Der hätte ja so eine Rolle wie Adolf Schmittler, die umsonst angenommen und die Amerikaner nochmal so gepusht. Das hat ja alles seinen tieferen Sinn. Und dieser Ostlandtrip nochmal, ja, dass man sich gar nicht mehr traut mit den Russen, das habe ich aber gestern sehr gut gesagt, das muss ich wiederholen. Ich will Ihnen sagen, Sie haben alle das Gefühl, wir müssten uns mit den Russen besser befreunden, es geht nicht. Weil sobald Sie den Schritt machen, ja, da schießen die einen Major um in der DDR und sagen, halt. Oder schießen, knallen das Flugzeug ab. Gerade wo Sie den umarmen wollen, geht nicht. Da knallen die wieder, weil, geht nicht. Die Russen wollen nicht, dass wir uns mit Ihnen befreunden. Verstehen Sie? Das ist eine Liebessache irgendwie. Ja. Sind schon mal reingefallen mit uns oder so eine Sache. Kann doch sein, ich kann mich nicht richtig erinnern. Na gut, damit es nicht so lange dauert, ich merke, es ist ein bisschen zähflüssig mit Ihnen heute Abend, ne? Merken Sie, wie ich unauffällig wieder Sie zu Ihnen gesagt habe? Weil ich merke, bei Helmut Schmidt stockt zwar in der Esthe also zurückgekommen und dann hat er gesagt, die Amerikaner, so geht das nicht. Und jetzt sehen Sie doch, was daraus geworden ist. Und das kommt doch nicht aus dem Helmut Schmidt vom Bramsee. Das ist doch die alte Idee von Hitler. Na gut, wenn der Deutsche nicht mehr den Ostlandtrip machen kann, der heilige Ritter vom Grabe, gen Osten, gen Osten, dann müssen es eben die Amerikaner, und jetzt sind die wieder die böse Welt da drüben. Ich meine ja bei uns nicht, ne? Die können sich ja auf uns verlassen. Ich arbeite ja immer heimlich für Moskau. Was ich eines Tages kassieren gehe, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Ich habe Ihnen ja mit dem Feuerstuhl bewiesen, dass ich auch in der SDI-Forschung drin bin voll, nicht? Jetzt kommt natürlich wieder ein bisschen Militarisierung auf uns zu, ist ganz klar. Und da will ich zum Abschluss des heutigen Abends meine Lieblingsnummer kreieren. Die innere Führungskettenreaktion. Der Oberst sagt zum Adjutanten, morgen früh um neun ist eine Sonnenfinsternis. Etwas, was nicht alle Tage passiert. Die Männer sollen im Drillig auf dem Kasernenhof stehen und sich das seltene Schauspiel ansehen. Ich werde es Ihnen erklären. Wenn es regnet, werden wir nichts sehen, dann sollen Sie in die Sporthalle gehen. Der Adjutant zum Hauptmann. Befehl vom Oberst, morgen früh um neun ist eine Sonnenfinsternis. Sonnenfinsternis. Wenn es regnet, kann man Sie vom Kasernenhof aus nicht sehen, dann findet Sie im Drillig in der Sporthalle statt. Etwas, was nicht alle Tage passiert. Der Oberst wird erklären, warum das Schauspiel selten ist. Der Hauptmann zum Leutnant. Schauspiel vom Oberst. Morgen früh neun Uhr, Einweihung der Sonnenfinsternis in der Sporthalle. Der Oberst wird erklären, warum es regnet. Sehr selten sowas. Leutnant zum Feldwebel. Seltener Schauspielbefehl. Morgen neun Uhr wird der Oberst im Drillig die Sonne verfinstern. Wie es alle Tage passiert in der Sporthalle, wenn ein schöner Tag ist, wenn es regnet, Kasernenhof. Der Feldwebel zum Unteroffizier. Morgen um neun Uhr, Verfinsterung des Obersten im Drillig wegen der Sonne. Wenn es in der Sporthalle regnet, was nicht alle Tage passiert, antreten auf Kasernenhof. Sollten Schauspieler da sein, sollen sich selten machen. Gespräch unter den Soldaten. Hast du schon gehört, wenn es morgen regnet? Ja, ich weiß, der Oberst will unser Drillig verfinstern. Das dollste Ding, wenn die Sonne keinen Hof hat, will er ihr einen machen. Schauspieler sollen selten bekommen, typisch. Dann will er erklären, warum er aus rein sportlichen Gründen die Kaserne nicht mehr sehen kann. Schade, dass das nicht alle Tage passiert. Wundern Sie sich da noch, dass auf den Truppenübungsplätzen die Manöverbeobachter nie voll getroffen werden? Wir sehen jetzt den Film Genosse Mönchhausen, also eher die Vorankündigung davon, von Wolfgang Neuss. Und das ist ein historischer Tag. Das war der 17.06.1985, also der ehemalige Tag der Deutschen Einheit. Und vorn in der ersten Reihe sitzt der Tornado-Günther von den drei Tornados. Und der wird furchtbar fertig gemacht. Und die Tornados waren damals Deutschlands Kabarett Nummer eins. Und er macht immer Leute so fertig, die er gerne mag. Also ich wurde auch immer fertig gemacht. Dann war da noch René Zucker und Matthias Bröckers Kupferdach, der heute beim Tipp arbeitet. Also eine Menge Leute, die er fertig gemacht hat und die er aber auch sehr mochte. Und auch Schröder damals, der war, nicht der Schröder, heute unser Bundeskanzler, der war damals CDU. Aber der hieß auch Schröder und der war Deutschlands Innenminister, kommt auch in dem Film vor. Also viel über Deutschland, über Kriege, über Drogen, über alles. Ich wünsche viel Spaß mit Wolfgang Neuss. Hallo, hey, gut. Hatte ich nicht heute Nachmittag so einen guten Auftritt. Muss gut gewesen sein heute Nachmittag. Voll wieder hier, ja. Echt mal, ich bin hier, um den Film Genosse Münchhausen zu konferieren. Ich muss immer was Starkes hinter mir haben, dann bin ich vorne ganz gut, ja. Also ich bin ein guter Konferancier. Möchte ich gleich sagen, ich konferiere den Film Genosse Münchhausen und schweife ununterbrochen ab, was meiner Art Bier zu trinken entgegenkommt, ja. Die Konzentrationsfähigkeit, also die Assoziationstechnik, von einem Ding aufs andere zu springen, entspringt der Zeit. Es ist nichts Perfektes mehr gefragt. So wie ich hier auch stehe, ja. Es ist nichts Perfektes mehr gefragt. Und, äh, Sie entschuldigen vielleicht eines der vorletzten Male, dass ich nochmal ohne Zähne gekommen bin? Ja, ich komme nicht gerne, aber Müller sagt immer, geh ohne Zähne, nutze es mal aus. Ich sag, es kommt ja nichts bei raus, sag ich, ja. Wenn die Zähne, man sieht so rechthaberisch ohne Zähne aus. Nun sollten Sie das nicht mit einem Comeback verwechseln, weil ich nicht weg war. Das ist ganz klar. Das ist mir überhaupt noch nicht gelungen, richtig weg zu sein. Also hundertprozentig nicht. Auch nicht, als der Böne jetzt lassen wurde, war ich nicht weg. Ich war da. Ich wusste, jetzt geht's los. Da hat, ich muss heute sehr gut sein, meine Mäzene sind drin, ja. Verstehen Sie, ich arbeite ja normalerweise für Sie gar nicht. Ich arbeite ja nur noch, mache nur noch Kabarett für Kabarettistin. Und nehme zu Hause pro Stück, was reinkommt, ein Hunni ein. Ich selbst war mal Hunde und hab Schlesien besetzt. Ich bin einer der letzten Hunden, die sich noch erinnern, 1241 in Schlesien eingefallen zu sein. Ja, Mäzene natürlich. Wir wollen uns konzentrieren. Der Filmgenosse Münchhausen, ein starkes Werk nachgemacht, einen ganz alten Film, den kennen Sie nicht. Nicht den Münchhausen mit Hans Albert, nein, zwei Girls vom Roten Stern. Diesen Film, der hat einen Oscar gekriegt damals, also kennen Sie nicht mehr, das war lange vor den 40er Jahren Film, ja. Dem haben wir den nachgemacht und wir haben uns, ich muss Ihnen sagen, ich rede zu gerne über den Film. Wir stellen auch extra den Ton lauter als bei den Kellerkindern, noch lauter also. Weil es sind zwei Milliarden Pointen und alles, was Ostwest zu sagen ist, wird hier gesagt. Und zwar, am besten von einem gewissen Komiker, der heißt, weil du ihn warst, wenn Sie sich mal an... Oh, was, dieses Spiel, der hier drin. Unglaublich stark. Und ich muss Ihnen auch ehrlich sagen, ich habe ihm damals gesagt, was soll ich in diesem Film, das ist doch ein subversives Unternehmen. Ihr habt das Geld kriminell besorgt und hießt gar kein richtiger Film. Ihr seid auch keine Oberhausener und nichts. Was ist denn das für ein Film? Ich sage, Mann, das ist ein Hörspiel zum Gucken. Nun habe ich es doch auch immer mit dem Schlüssel. Also dieser Beide in Bas, dem sagte ich damals, du kommst nochmal zu Ehren mit dem Film. Ich schwöre es dir. Meinst du mal jetzt meine Rolle, sagt er. Meinst du jetzt die Rolle dieser Antikommunist, den ich da spiele? Ja, ich sage, den machst du ja vor. Ich habe tatsächlich ihn vorgestern in Hannover wieder entdeckt. Echt, er war wieder drunter. Mein Mäzen, was sagst du denn? Ich werde den Namen Dieter Hildebrandt, der heute hier drin ist, nicht erwähnen. Warum? Weil ihr mich ja im Scheibenwüscher auch nie erwähnen. Die Idioten, ja? Beide, überleben Sie mal. Ja, überleben Sie mal. Ich gucke jetzt hundertmal Scheibenwüscher und gähne und gähne. Ich gähne. Ich kann ja nichts dafür. Ich liebe die Musik. Da, 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 da. Kann ich nicht. Aber dann denkst du, Tomaier, ehrlich. Na ja, Tomaier, habe ich Tomaier gesagt? Ja. Ja, das darf ich ja nicht vergessen. Das ist ja nun ganz gut. Das ist einer, der nennt sich Kulturredakteur bei Konkret jetzt, ja? Ruft in der Taz an, sagt, hab gehört, der Meister tritt wieder auf. Ja, wen meinst du denn? Sagt der Kulturredakteur von der Taz, Karl Dall. Bröckers Dall, ja, sagt, wen meinst du? Sagt er, na, ich hab gehört, der Meister, kannst du nicht ein Tonband mitlaufen lassen? Und mir denn konkret das, überlegen Sie mal, wie die Leute heute in Deutschland arbeiten, innerhalb das, dem, was ich mal Linke nannte, dieser FDP-Tomaier, das ist die größte Beleidigung, die es gibt, den muss man, es ist ja auch nicht richtig, wie das Vorwort von einem gewissen Dieter Helnebrandt bei den deutschen Gesprächen von Tomaier im Konkret, ja, sagt, es ist ja alles hinterfotzig, was der Mann macht, ganz ehrlich. Es ist nichts Richtiges dabei, das ist pervertiertes Kabarett, der ist abgerutscht, der Mann. Und der macht nur konkret Kultur, ja? Ulrike, hörst du das? Ulrike? Nee, so antwortet der Geist, das ist ja kein englisches Gespensterschloss, du Idiot. Pass mal auf, wer mit Turten spricht, ja, der ruft doch was ganz anderes, ne? Den 17. Juni beispielsweise. Ja, ich hab vergessen, heute Nachmittag den zu ersehen, darum muss ich den jetzt mal ersehen. Ja, weil es doch hier eine Gegenveranstaltung gibt in der Stadt, gegen mich, wieder mal. Hier im Tempodrom, Rosa von Braunheim. Was macht der Mann? Er lässt mir nicht den Tag der deutschen Einheit, er ruft den Tag der deutschen Geschwärtskrankheit aus. Ich finde das unerhört, ja? Ich finde das unerhört. Ich finde das unerhört, wie das zusammenpasst. Wirklich. Also, da singt der Biermann, warte nicht auf Christus selbst, oder was singt der dort, der Mann, ja? Hoffentlich singt noch einer wenigstens ein Lied im Tempodrom, unsere gute alte Siebelis, ja? Also, der Günther von den Tornados, der war hier nachmittag, wollte wissen, kann ich noch einen Witz mit rüber schleppen. Sag ich, ja, steck dich an, du Sau. Also, der Tornado, Günther, ja? Auf den Krücken, ich sag, geh raus und sag, ich hab Chines, ich hatte einen Autounfall. Verwundete spielen für Verwundete. Also, der Tag der deutschen Geschwärtskrankheit, ich war dabei damals hier, ich war gerade ein Jahr in Berlin, und war ein richtiger Rias-Mann, und Sie wissen ja, es gibt ja gar keinen Tag des Deutschen. Der Tag müsste erstmal heißen, wenn man ihm wirklich gerecht würde, Tag des deutschen Rias. Dieser Tag. Damals waren die Amerikaner noch ganz, das gesamte deutsche Ministerium hatte weniger zu sagen, war also der Rias in Hochform. Deutschland 53, Sie können sich gar nicht vorstellen, was das für ein prachtvoller Sender war. Der Sender hat die GDR richtig aufgebaut. Sie wissen ja, Adorno, man sagt, der Himmel ist blau, nein, uninteressant, kommt erst einer, sagt, der Himmel ist nicht blau, dann erst. Also, Gegenhalten, darum geht's doch, ja? Darum halte ich auch nichts vom Scheiben gesagt. Gegenhalten, dann wird er besser. Das sagt auch Lothar Löwe jetzt, und sagt, der Scheibenwischer muss privat finanziert werden. Überlegen Sie das mal. Es gefällt ihm doch, wenn ich springe, ne? Assoziationstechnik. Hat unglaublich viel, der Scheibenwischer mit dem 17. Juni zu tun. Weil der Scheibenwischer schon ununterbrochen vergisst, was vergisst er? Na, die Windschutzscheibe. Die Basis. Er vergisst immer noch die Windschutzscheibe. Nun aber zurück, ich will da nicht auftreten. Nie! Ihr habt mich beleidigt, weil er mir nicht erwähnt. Aber jetzt mal, und außerdem bei Löwe kann man nicht mehr, der Mann ist desavouiert. Der Mann ist desavouiert. Und ich habe gefragt, rumgefragt, gute Freunde, die sagen, der Mann betreibt eine Politik des verbrannten Älter. Aber der Rias. Der Rias ist ein guter Sender gewesen damals. Er hat also alles gebracht, 1953, in den ersten Juni-Tagen, in den Mai-Tagen, auch in den Januertagen, als der Stalin seinen Schlaganfall hatte. Im März, 5. März, weiß ich noch, Josef Stalin, Schlaganfall 8, haben wir gedacht, jetzt geht's gut rein, Schlaganfall nur. Also da war der Rias, sendete jeden Tag in die DDR rüber, also Zone, Ostzone, hört mal, man verdient jetzt, als DDR-Arbeiter hat man zu verdienen, 11,50 Euro und nichts drunter, ja. Und man hat, zu essen am Tage muss man essen, hier im Westen essen sie so, drüben hätte man zu verdienen, hier im Westen verdienen sie so, der Rias, ja. Und die Leute drüben, ne. Und auf einmal kommt raus, die Deutschen wollen gar keine Vereinigung, neu, nach 8 Jahren, 45, 53, nach 9 Jahren, oder nach 8 Jahren, also, dann rationieren die drüben die Lebensmittel. Es war also im Volksaufstand erstmal für höhere Löhne, nichts weiter. Deutschland war gar nicht drin, das hat der Rias dann reingeschmuggelt wieder mit, ja. Ja, und dann ist ja auch klar, wenn ich auf der Straße stehe, mit einem Stein in der Hand vor dem Panzer, wegen Geld, dann sage ich doch, das ist wegen dem Höhere, ich würde doch nicht bluten, wegen Geld. Dann sage ich doch, das ist wegen Deutschland. Das sage ich doch immer. Immer. In so einer Situation, da sagt man doch nichts an. Also, und das ist gestern Morgen, heute Morgen, sitze ich beim Frühstück nebenan, weil mir die Leute sagen, das ist ja eine Unverquemtheit, wa? Für 5 Mark Ost, kommen die rüber und arbeiten hier. Ich sage, was ist los? Na, hast du nicht in der Abendschau gesehen? Die Abendschau ist ja auch toll, wa? Auch höher. Der sieht immer aus, der Ellenkauf wie ein geplatzter Pariser aus Bremen, wa? Ich sage mal, so viel Stama ist nicht nötig in der Abendschau, wirklich nicht. Entschuldigung. Na ja. Dann wollte ich sagen, der Wolfgang Wahl ist in dem Film, ganz hervorragend, der zweitbeste schon, weil du ihn warst. Wolfgang Wahl spielt Genossen Altmann, ja, unglaublich. Also, und die Leute, ich habe ja von mir gesagt, das ist doch, wie hast du denn das Geld besorgt? Also, ich will nur mal sagen, ich habe das Geld besorgt, naja, mit dem Schröder habe ich ja schon noch oft erzählt, aber das Ding habe ich noch nie losgelassen. Da sage ich, ich musste auch von dem Ernst Lämmer Geld kriegen für den Film. Ist doch ein Anliegen, am 13. August einen Film über den Antikommunismus zu machen. Also, am 13. August bin ich zum Schröder gegangen und habe gesagt, kann man nicht einen Film über den Antikommunismus machen? Die müssen sich mal das Gesicht von dem Minister meines Inneren da vorgestellt haben, ja? Der hat mir gesagt, meine Frau ist halt wie gut. Und ich sage, das ist ja auch noch gekauft, gekauft. Der hat das zu tun, wollte ich sagen, ja? Sehr ordentlicher Mann. Kann man jetzt wieder wählen mit einem anderen Gesicht? Wer beendet, Albrechtsfaxen? Gerhard Schröder, niedersetzen. Ja, ich bin immer, ist die Zucker da? Zucker von der Taz? Die Zucker muss ja einen Hammer haben. Also, ich kann dir sagen, ich komme bei Zucker gar nicht auf alle möglichen Varianten von der Taz. Die hat doch das letzte Mal geschrieben, der Neuss bringt mir immer zu viel SPD. Erstmal pass mal auf Zucker. Die Grünen haben mich beleidigt, ich bin nicht mehr zu beleidigen, aber die Grünen haben mich beleidigt. Durch Ignoranz. Die Grünen sind überhaupt Teufel in Ignoranz, muss ich sagen. Überlegt doch mal, wer in Berlin einmal sagt, autofreie Stadt und nichts dazu sagt. Der muss doch mal total, der kann nicht zuckern, das ist überzickig, ja? Wer in Berlin sagt, die Alliierten müssen weg und mir meine Basis raubt. Das ist nämlich meine Basis, die Alliierten, ja? Ja, weil ich bin doch ein staatenloser Mensch, das ist doch klar, ich halte mich doch an die Alliierten. Sie glauben doch nicht, dass ich mich auf Sie, Deutsche, verlassen. Entschuldigen Sie. Habe ich aus Versehen, Deutsche und Sie zu Ihnen gesagt, das ist zu viel, Entschuldigung. Entschuldigung. Aber ich war immer schon gemein, Entschuldigung, Entschuldigung. Nee, ich liebe Sie zu sehr, als dass ich gut zu Ihnen sagen könnte jetzt in diesem Moment. Ehrlich. Ich sehe mich ja da unten 300 Mal sitzen, was soll das? Ja, und finde mich höchst albern, dass ich mir noch was vormache, ne? Nein, aber mit dem Zucker und der Kupfer, das wollte ich auch noch mal sehen. Es gefällt Ihnen doch, wenn ich springe, ne? Weiß ich doch, ich komme ja immer wieder auf den Punkt, das ist ja der Witz. Nur wenn die mich besuchen, die meine Mäzene, die haben nie genug Zeit, mich anzuhören, wollte ich sagen. Nie. Seit zehn Jahren. Nie. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Da ist der Wolf von Ammerung und der Gärten, der Beiz nichts gegen diese Leute, die mich da besuchen und mich reich beschenken, aber mich stark enttäuschen. Naja, dafür wird man eben beschenkt, damit man enttäuscht werden kann. Ist ganz klar, was rede ich da wieder für eine Binsenweisheit. Logisch, logisch, logisch. Der dritte und gute ist der Neues hier in dem Film. Oskar Puste. Wollte ich sagen, spiele ich da? Also ich, weißt du, ich habe zwei Filme, Glück muss man haben. Ich bin doch kein Filmer. Was glauben Sie, wie der Charmonie auf mich herabguckt? Zum Beispiel. Nur mal. Ich sage kein Oberhausen, aber der hat ja gar keine Augen, was ist denn das für einer? Ja, also, die Lüge. Dabei ist übrigens, der hat nur ein gutes Gebiss aus Bayreuth, der Charmonie. Den müssen wir ohne Zähne sehen. Kann ich sagen. Naja, ich will ein bisschen rassen, damit Sie nicht zu lang, ich weiß ja, dass ich, äh, ich wollte nur sagen, die SPD, ja, die Zucker sagt, also der Neues hat es mit der SPD. Die Grünen können doch nicht so eine Dinger bringen, dass sie uns die Alliierten hier, vor allen Dingen bei dem Dollarkurs, was soll das denn? Ja, wenn die so eine Bemerkung machen, wenn der Dollar auf 1,5 Mark steht, sagen die alle, ja, da kann man es doch verstehen. Es ist doch alles sekularisiert. Die Grünen können es doch nicht erzählen, dass sie ohne Geld leben wollen. Das kann, das ist doch einfach nicht drin. Und da die Leute sich nie mit mir unterhalten und die schlimmsten Dinger bringen, ich denke mal, das ist ja unmöglich. Also das habe ich gedacht, als ich den ersten Joint geraubt hatte, was ist denn mit denen los? Spinnen die? Also bin ich wieder zuerst belegt und jetzt habe ich mir überlegt, ja, natürlich, wenn es, du glaubst ja gar nicht, wie gut es ist, ein bisschen springen zu können. Also, fragen Sie mal einen Springer, na, der heißt doch nicht umsonst so. Springer gehört uns, wollte ich euch noch sagen. Es ist eine Unverschämtheit, die Aktien zu verkaufen. Der Springer gehört uns und der Bönisch ist nicht umsonst entlassen worden, abgesehen davon, dass die Regierung wackelt. Das ist ja klar, Eberhard Diebken will Kanzler werden, das muss er auch. Das muss er auch. Nee, da meinte ich, dass die Zucker blöd ist. Überleg doch mal, es wird doch bald mal Leute geben, die was reinziehen in sich. Die sitzen zu Hause oder nix und meditieren. Haben die Augen zu. Wird es doch bald mal mehr Leute geben, ist doch klar. Je näher das Jahr 2000 rückt, je mehr die Leute über 50 werden, umso mehr haben sie das Bedürfnis, nicht mehr paranoid leben zu wollen und nur den Kasten zu sehen und nur eine gewisse Sicht, sondern eben, was man Durchblick nennt. Das will sich doch jeder besorgen. Davon hört man doch nicht nur reden. Also, liebe Zucker, wenn ich dann meine Augen zuhabe, ja, Herr Gott noch mal, wenn ich sie dann aufmache, da möchte ich nicht einen draußen sehen, der einen Kruzifix schlägt, verstehst du das? Und da möchte ich eine soziale Demokratie, meinetwegen eine, die wir noch nicht kennen, weil das andere wäre ja auch so, sozialliberale Koalition, obwohl keine schlechte Vergangenheit haben wir als Jüngstes. Sozialliberale Koalition. Nicht schlecht, was wir da zu bewältigen haben. Ist ganz, ist nicht schlecht. Und jetzt mal auf diesem neuen Biergefühl von Johannes. Sieh mal, Willi sagte, jetzt habe ich im Stern gelesen, eine gute Zeitung übrigens wieder. Seitdem ich da arbeite, einwandfrei. Alles durchorganisiert. Ich habe alles durchorganisiert. Jeder weiß, der CO-Gruppenleiter ist. Heidemann, wir wissen jetzt genau Bescheid. Der Stern hat es. Christian, ich sage, haltet ihr 20 Jahre durch damit? Halten wir aus, die Vorsorge. Gut, sage ich, dann schafft das. Nee, ist kein Zynismus. Nein, nein, überhaupt nicht. Die Leute sind nur ein bisschen bekloppt. Da kann man nichts machen. Ehrlich. Die sind bekloppt. Und zwar, dieser dauernde Umgang mit dem, was man Sensation nennt, macht bekloppt. Die wissen es auch selbst. Sie wissen, es tut mir leid, ich bin ein Opfer des Berufs, sagen die nur immer. 100%. Und da steht diese Woche drin, dass Willy Brandt sagte, jetzt bin ich in einem Alter, wo Adenauer das erste Mal, ja warum will er denn nicht, der Willi? Gerade jetzt brauchen wir doch einen Kanzler, der nichts von Wirtschaft versteht. Weil wir doch einen haben, der was versteht. Darum, jetzt, wenn der Willi mal Mut hätte, 90% zu kriegen, muss er sich jetzt zur Wahl stellen. Der Willy Brandt, ihr habt einen anderen drauf. Nein, der Willi ist dran. Ehrlich. Weil er abgebrochen wurde. Ist ja ein abgebrochener Kanzler. Und da sagt die Zucker zu mir, was hast du denn mit der SPD, was ist denn du da dran? Da will ich dir mal was sagen zu dürfen, ja? Da will ich dir mal was sagen. Genosse Münchhausen, dachte ich mir, China, eine riesige Sozialdemokratie. Die Sowjetunion, eine riesige Sozialdemokratie. Wird es doch. Ist es doch nicht, beides. Aber wird es doch. Was wollen die Leute, die Genossen, sehen gar nicht, wo sie überall gesiegt kamen. Was soll denn aus Nicaragua werden, außer einer Sozialdemokratie? Was soll denn eigentlich aus Amerika werden? Ja, warum sollen wir denn nicht? Sie verstehen nicht, dass sie den Begriff aus der SPD haben, sondern eine soziale Demokratie. Weil wenn man die Augen zu hat, man kriegt die Augen nur richtig zu, wenn man beruhigt ist, draußen ist eine soziale Demokratie. Ja, wenn da draußen Kruzifixe geschahen werden und säkularisiertes Moslemtum sich breit macht, das ist unerzweig. Also wollte ich sagen, da sitze ich heute Morgen beim Frühstück und höre, sagt er, ja, 5 Mark Ost arbeiten hier. Hast du denn hier Abenteuer gesehen? Ja, sag ich, was ist denn das? Wer sind denn die? Türken? 5 Mark Ost, das müssen doch Taminen sein. Nein, sagt er, das sind die Ostler. Ich sag, was? Ja, die arbeiten hier schwarz. Die haben sich ja... Wissen Sie doch, haben Sie gehört? Abenteuer, oder? Oder nicht. Das sag ich. Also, es ist sehr schwer, jemandem was zu sagen und noch einen Witz drüber zu machen, ja? Also, verstehen Sie, Sie informieren sich nicht. Hier arbeiten Leute, jetzt zu dieser Minute auch, ist noch nicht geklärt, der Bausenator weiß es, ja? Die arbeiten hier, der Rias meldet es nicht mehr, weil der Rias ist runter, der ist, der meldet sowas nicht mehr. Ja, da arbeiten Leute, mir zittert die Stimme, aus Ost-Berlin, Bauarbeiter, wo unser Bau sowieso nichts, sagt er heute Morgen an Frühstück zu mir, wo wir sowieso nichts zu bauen haben, da kommen die hier rüber und... Und ich denke, jetzt gehst du hier hin zum 17. Juni, ja, das sind doch die Enkel von den Bauarbeitern, die damals demonstriert haben. Das kann doch gar nicht anders möglich sein. Das müssen doch die Enkel sein, die längst hier sind und denken, wir können hier alles machen, die feiern uns am 17., ja? Wir arbeiten hier. Wollen sie nicht. Können sie mal sehen, ja? Wie das so geht, ne? Und die haben wir gefeiert, ich weiß noch, am 17. Juni 1953, ja, hörte Jürgen Graf, ey, hast du mal einen Taxi da? Na komm mit dem Thunderbird vorbei, wir fahren in die Revolution rüber. Ach du großer Gott, das war der Rias, ja? Der Erfolg seiner Arbeit. Das ist ein Rias-Bayertag heute, ganz klar, ne? Ja, nun könnte ja einer mal rufen, sag mal Neues, willst du nicht mal einen neuen Film drehen? Musst du denn immer, also ich hab das Glück mit den beiden Filmen, einer geht über Antifaschismus und ich hab immer Pech mit den Flüssen, also mit meinem, wie gesagt, das Geld. Ich denke, von Lämmer kriegst du doch Geld noch, ja? Ich sag, Herr Lämmer, kann ich dir mal ein bisschen was vorführen von meinem Film? Ich hab da was stumm fertig. Zehn Minuten, Viertelstunde, auch 20 Minuten würde ich zusammenkriegen. Sagt er, gut, kurz nur, komm her hin. Na, Lämmer war noch nicht da, hat sich verspätet, war damals gesamtdeutscher Minister, ja? Und wir gucken uns, weil wir Langeweile hatten den Film Bunuel an. Die Regianer, Abendmahl von Bunuel. Guter Film. Ich wollte kürzer arbeiten, ja? Aber ich mach weiter, ich hab's ja gerne. Ich bin ja gerade zu süchtig nach mir, nach da unten. Ich sitze ja da 300 Mal unten, das vergesse ich nie. Ja, das vergesse ich nie. Ich sehe mich ja in den ganzen Varianten da, überall. Das ist unglaublich. Darum werde ich nie wieder richtig auftreten. Nie wieder. Weil ich mich ja nicht dauernd unterhalten will. Ich will mich ja auch mal selbst entwickeln. Wollen Sie nicht mal aus dem Stadium des Publikums herauswachsen? Und wenigstens erst mit Kamerett versuchen. Hey! Hey! Da, du Brasser! Ja, mit der Sonnenbrille zum Beispiel. Ich sage Ihnen, ich kenne viel schlimmere Kabarettisten, die riesig sind heute. Sie ahnen das schon und zittert jetzt auf Ihrem Sitz. Das heißt, bei Worten zittert man ja heute nicht mehr. Bei dieser Anwesenheit von überall Waffen, da wird ja bei Worten nie mehr gezittert, ne? Ist ja klar. Ne, ich wollte nur also ganz kurz noch sagen, mein Film fängt an. Ich kenne schon die Apotheke, wo er spielt. In der Apotheke. Ich spiele den alten Apotheker. Vielleicht nehme ich jetzt doch den Hildebrand, wenn er mir noch... Mal sehen, als Lehrling. Der könnte ja noch... Der ist ja immer eine Lehrlingsspielung, der Hildebrand. Ja? Als Apothekerlehrling. Zauberlehrling. Ich habe diesem Mann zehn Jahre Kongo-Grass angeboten, ja? Und immer kam von hinten eine Hand und sagte, der raucht nicht. Und das war die Hand von einem gewissen Sammi-Drechsel. Samuel-Drechsel, Evangelist, kein Jude. Beziehungsweise so ein Jude wie ich. Hehehe. Ja, also da stehe ich da und putze Gläser und langweile mich als Apotheker, ja? Neben mir steht also der Lehrling und putzt Gläser und langweilt mich. Ich sage, hast du schon wieder dieses Zeug genommen? So fängt der Film an. Gift, Gift, der gesunde Menschenverstand ist reines Gift, heißt Geschenk. Die Erde ist ein einziges Geschenk. Der Wald stirbt weg, damit er auf seinen flächen Mohn wachsen kann. Die Erde bietet Opium an. Die Menschen werden sich beruhigen müssen. Oh! Jeder hat das Recht auf sein eigenes Heroin, lautet die Therapie für die nächsten 100 Jahre. Mit der Vergiftung ist es wie mit der Verwirrung. Sie muss größer werden, um Gutes zu bewirken. Lord Knut Rias Extra 3 ist auf der Apothekertagung für die Wiedervereinigung der Spalttablette eingetreten. Ben Vargin, Ginkgo 2000 und Jasmin-Teeschlucker will im Turm der Gedächtnistürche Spinat und Fledermäuse züchten. Obermeister Zellermeyer, alte Menschenverwertung Angro, hat ein Krautbär aufgemacht. Fingernagels Delikatessen bieten für Burschis und Medis Brennnesselkotelettes. Und frisch gepressten Reichsbrech holt selbst Oma aus dem Koma. Hundekehlen wird brot, rührt keinen Tropfen mehr an. Getränke Schubert will alkoholfreien Mettsekt auf den Markt bringen. Sogar Heini Holl, Alkohol und Boogie-Boogie, will seine drei Bären zu einem indischen Reichstarselhaus. Bei Edeka sind die Regale voll mit Alternativen. Die Stachelschweine trinken weiß kurz. Die ganze Stadt stellt sich auf Treibhausklima ein. Dazu brauchen wir eine ent- und vergiftete Atmosphäre. Und darum war Apothekertreffen im ICC. Die heilige Pharmakum muss endlich mal geschlachtet werden. Alle Tabletten, Pillen, Tinkturen werden auf jede Empfehlung hin freigegeben. Die Apotheke wird, die Apotheke ist, der neue selbstverständliche Lebensmittelladen. Holen wir aus der Apotheke an der Ecke doch mal schnell ein Viertelpunkt Heroin Nummer 4. Chanel, wenn nichts da ist, bringst du Methadote oder Adolfine. Aber entscheiden und bestellen wir auch gleich 200 Kaptagon, halbes Kilo Valium. Sag dem Apotheker, er soll mal wieder Zero Zero besorgen. Und nimm die Kanne mit und lass diese Herbsäure abfüllen, Hoffmann-Tropfen. Bring ein paar Coca-Pillen für die Nase und Blätter für die Mutter zum Kauen. Die Apotheke wird der gemütlichste Ort der Welt. Die Kneipen des Erdbeis gehen auf in den neuen Volksapotheken, wo man sich aber ein Gläschen Koks mit Shit auf den Traum zu Gravalium-Sandwich. Eine Apotheke zum grünen Krug zeigt die grüne Kraft, eine Opium-Super-Sand-Performance, eine Art Kaffee-Einstein-Kultur, die Apotheken von morgen, jede Droge, jede, die wir in den Mund, Arsch oder sonst wo hineintun, wirkt so, wie wir es bestimmen. Es tut mir gut, das ist der entscheidende Gedanke. Wie vor jedem Essen und Trinken, es tut mir gut. Nimmt man aber all die erwähnten Erdengeschenke, das Gift, mit schlechtem Gewissen, dann ist das Zeugs plötzlich Zeugs. Dreck, schädlich, gefährlich. Mit schlechtem Gewissen wird jedes Gift, jedes Geschenk wirken wie genommen. Schlecht! Doch von 100 Leuten, die Drogen nehmen, tun es 90 mit schlechtem Gewissen. Das macht die Illegalität. Dazu das falsche Wissen, die diametrale entgegengesetzte Aufklärung und natürlich ganz allgemein der Irrglaube über die Beschaffenheit des Menschen, seines Geistes, seines Körpers. Die völlig fehlende Information über den Tod, über das ständige Kommen und Gehen auf der Erde. Wer den Tod nicht versteht, der soll schon mal gar keine Droge in sich hineinstopfen. Letzte Durchsage. Wir leben immer, auch ohne Körper. So was sollte man nicht glauben. Aber wissen. Ich mach das ein bisschen kürzer, weil ich sehe, Sie schlafen mir ja unter den Fingern ein. Aber ich sag Ihnen, Sie haben keine Wachmacher bei sich. Bei Schering, dem versilberten Hering, das ist das Beste, was wir hier in der Stadt haben. Mutterkorn und Onkel Polle. Bei Karstadt, LSD eingetroffen. Nach dem heißen Herbst kam das kalte Eids. Bitte keinen Ökologie-Faschismus! Weniger Sauberkeits-Famatismus! Mehr Drecksbewusstsein! Der Film, ich will sagen, der Film könnte heißen, Wir Kinder vom Bahnhof aufschreiben. Oder so, ja? Oder Strela Piccolo, Einsnief oder so. Ganz egal. Naja. Also der Film, soll ich noch was... Nee, Kupferdach hatte ich noch vergessen. Ich wollte den Kupferdach noch was fragen. Ach, auch noch wichtig. Ich hab ja eben den Weizsäger in Zahnsägel. Sie haben nichts verpasst. Sie haben nichts verpasst. Der Mann ist ohne mich im Fernsehen langweilig. Ehrlich. Ist nichts zu machen. Und wenn Sie sagen, der hat doch so eine gute Rede gehalten zum 8. Mai, ja? Klar, klar, klar hat er, kann er, ist doch gut, eine gute Rede ist immer gut. Ist ein Zombie, sagt der vom, hier der Karl Dall von der Kultur. Was? Ist ein sympathischer Mensch, sagt ein anderer, ist ein Kirchentagspräsident gewesen. Nun, da war er auf dem Kirchentag und hat gesagt, ich hab da in Berlin einen Witz gehört. In Wirklichkeit weiß er ganz genau, dass Heinrich Lummer den Sitz irgendwo sich von Hallervorden hat machen lassen, ja? Ja, der fehlt da noch bei dem Herpes-Programm, ja? Ich hab ja nichts gegen das, ich hab ja nicht mal was gegen Hallervorden. Aber ich kann ihn nicht sehen. Ehrlich war. Aber wenn die FDP die Legalisierung auf ihr Panier schreibt, dann will ich bei Hallervorden den Diener machen, ja? Überhaupt, wer das auf sein Panier schreibt, kriegt zwar Feuer, aber er hat, er gewinnt. Das sag ich mal gleich im Voraus an, weil mal möchte man auch Kassandra sein und was Richtiges gesagt haben, gell? So sage ich jetzt, der Präsident hat sich da beim Kirchentag wieder ein Ding erlaubt. Also ich erzähl's ihm mal, weil Sie sehen, wie kürzlich Sie nun wieder sind. Der sagte, die deutsche Frage, der Witz ist von Lummer, die deutsche Frage ist so lange offen, so lange das Brandenburger Tor geschlossen ist. Also ich muss ja sagen, dass die wenigsten nicht lachen dabei, das ist ja so kürzlich, obwohl sie den Witz doch einen noch gar nicht kennen, ne? Und das ist kein Witz, wie sich auch ausstellt. Und der Kirchentag war begeistert, das ist auch nicht mehr das, was er mal war. Weil da, wir haben dem zu applaudiert. Naja, es war so mager am Sitzen, der hat da über den einen, ne? Wenn er den wenigstens umgedreht hätte und gesagt hätte, was ja auf seinen Intentionen näher gekommen wäre, dem Ritchie, wenn er da gesagt hätte, das Brandenburger Tor bleibt so lange geschlossen, wie die deutsche Frage bei uns offen ist, ne? Der ist schon besser gewesen. Der ist schon besser gewesen. Aber wer so einen Witz macht, der kann auch sagen, dass der Sacharow in Gorki so lange sitzen muss, wie der Rudolf Hess in Spandau. Also so einen Witz macht man einfach nicht, ne? Der wird nochmal Vater, der Rudolf Hess. Der wird nochmal Vater. Lady Di haben wir schon in Spandau. Der wird nochmal Vater. Der reißt auch den Stern raus, weil die Bunte hat sich jetzt Mengeleß bemächtigt. Ich suche ihn ja immer noch. Weil ich weiß, wer es ist. Wolfgang Menge hat ihn. Seitdem der sich hat, ne Glanz zu schneiden lassen, ja? Und das Kind ist krüppelig, das ist doch ein Hinweis. Ist doch gar kein Vorwurf an Wolfgang Menge. Es kriegt doch jeder mal den Geist ab. Wenn ich hier aufs Ufergelände komme, ich bin nie Neues richtig. Sie können mich ja bei Gelegenheit mal kennenlernen. Hier bin ich nicht ich. Also entweder, hier schwirren ja auch tote Geister und Hans Albers, Sarah Leander, das schwirrt hier alles rum. Dann ist die alte Sau gestorben von da hinten, die Eva Maria. Die kriege ich immer ab, wenn ich komme, ja? Weil der Juppi sagt, er soll sie ja rauslassen. Also geben wir sie ihm. Das war der super Innenwitz für das Ufergelände, ja? Oder sollte der Mengele etwa hier sein? Nee. Die Eichmann-Zeit ist allen für alle mal vorbei. Nur aus dem Anfangsbuchstaben, aus dem Eich. Da kriechen süße, barocke Engele. Jede Mengele. Das ist mein Lieblingsgewicht. Jede Mengele. Hat mir der geklaut im Konkret. Hat mir Kulturnmeier geklaut. Aber ich lasse mich ja gerne betrauen übrigens. Und da komme ich jetzt gleich zum Schluss, damit sie nicht auch noch so schwitzen wie ich schon. Schwitze ja, ist ja ungeheuer. Wenn man Kabarett macht oder so, konserviert oder so irgendwas macht, man schwitzt ja, ja? Das kenne ich sonst gar nicht. Ich bin eigentlich eine Pflanze, die nie schwitzt. Also eine Art Gummibom, ne? Also der Kupferdach, das ist der nächste Redakteur vom Lokalen, von der Tageszeitung. Die Tageszeitung, er sehe ich nicht so lange, bis er auf 100.000 ist. Da können Sie sich drauf verletzen. Der Kupferdach hat über das vorläufige Frankfurter Frohn-Theater geschrieben. Folgendes hat er von sich gegeben. Ich weiß gar nicht, was er geschrieben hat, fällt mir gerade ein. Ich will gar nicht wissen, was er geschrieben hat, fällt mir gar nicht ein. Also, da haben wir mal ein Kabarett noch, was sich wirklich bemüht, die Nostalgie fast überhaupt nicht zu beachten, was unglaubliche Arbeit ist. Weil jeder unterliegt der Nostalgie. Da ist nichts zu machen. Nichts zu machen, weil das sind ja unerledigte Erinnerungen, die wollen mal erledigt sein. Ist kein Zwang, aber es möchte erledigt sein. Und diese Kabarettisten also, die machen ja einen ungeheuren Art. Und die Frau, ja finden Sie die komisch? Die ist doch zu schön, für komisch zu sein, ne? Aber intelligent scheint sie zu sein, wa? Das gibt es am deutschen Kabarett so selten. Das ist so eine Art Renate Küster-Typ übrigens, die Braut hier. Und der Matthias Belz, da habe ich immer den Eindruck, der will gar kein Kabarett machen. Der hält sich derartig zurück und wenn er mal macht, dann zieht er sich gleich einen richtigen Rock an und oben... Also, ich will sagen, der Kupferdach hat überhaupt nicht beachtet, was die Leute für Texte haben. Der fand es langweilig, weil der sich ja auch Hallerforn berauscht, ja? Wir müssen sich mal eine Taxe vorstellen, die im Niveau schon weit unter der BZ ist. Das ist doch Wahnsinn. Im Kupferdach liegt. Nun heißt der ja auch Kupferdach, weil er oben nun wirklich nichts Helles hat, ja? Der heißt Kuh, weil er oben nichts Helles hat. Wuuh macht der immer, ja? Ja, dieser köstliche Kabarettist. Ich habe noch nie so einen Kabarettisten, der immer... Hier, der hier, ne? Thomas, Dieter Thomas, auch Moderator und Franz. Aber das kann ja alles gar nicht. Der muss zum Filmen. Ich will nicht sagen, warum. In dem gehört der Hund und der Hund ist ja der eigentliche Kahnab bei denen, ne? Ach, Sie wissen gar nicht, von wovon ich rede? Die ganze Zeit schon, nicht? Das vorläufige Frankfurter Freundtheater. Das gehört hier einfach in den 17. Juni, so wie wir ihn verstehen. Wir neuen Patrioten. Und da ist der, der macht immer diesen hier. Das ist der erste mundfaule Kabarettist der Bundesrepublik. Der Mann hat keinen Bock zu sprechen, ist aber auch kein Tänzer. Aber er kann jonglieren, ja? Und auch mit der Sprache jonglieren. Naja, also ich schwärme von den Reihen. Ich brauche übrigens immer was zu schwärmen, wollte ich Ihnen sagen. Wer mir nichts zu schwärmen gibt, ist schön dumm. In dieser Beziehung bin ich Nachfolger von Goebbels, ja? Also da trage ich gerne ein bisschen Geist von dem mit rum. Weil der hatte es ja, ne? Ich wollte sagen, der neue deutsche Patriotismus ist doch heute stolz auf zwei Deutschlands. Wir brauchen uns doch nichts mehr vorzumachen. Es gibt doch schon Länder, die wollen unseres Wegen extra geteilt werden, damit es ihnen auch so geht. Ehrlich. Wir sind doch stolz darauf, wenn in der DDR Leipziger Messe ist und die sind stolz, wenn bei uns Hannover Messe ist. Wir sind doch stolz auf die ganzen Sachen. Wenn die verlieren gegen Österreich, wenn wir gegen Mexiko durchfahren. Wir sind doch stolz gegeneinander. Wir können uns doch gegenseitig hochjubeln auch. Im Frieden machen und so weiter. Was wollen Sie denn machen, wenn wir wieder ein Deutschland sind? Was haben Sie denn da vor? Sagen Sie mir doch mal. Wenn wir ein Deutschland sind, wir sind einig und ein Volk und wir wohnen zusammen. Und die Thüringer, ich bin ja auch ein deutscher Junge, ich bin ja noch kein Vaterland. Sie wissen schon, wen ich meine. Und, was wollen Sie denn machen? Ist doch gut. Wir müssen eine UNO-Stadt werden in Berlin. Und warum muss ich Popel, das letzte Drogenwrack aus Lohmeierstraße, warum muss ich Ihnen eine Perspektive für Berlin sagen? Warum sagt Ihnen Willy Brandt, warum sagt Ihnen der Vogel, warum sagen Ihnen die Leute keine Perspektive für Berlin? 750 Jahrfeier, sagen Sie ihm. Sie armen Knechte. Ihr armen Menschen. Ihr verkommenen Subjekte. Es ist ja nicht mehr wahr. Überlegt doch mal. Das wird doch ein Riesenreinfall. Das kann doch gar nichts werden. Sie haben doch gar kein Bewusstsein für Sie. Sie haben doch nicht mal Bewusstsein für 50 Jahre. Morgen in fünf Tagen waren wir vor 44 Jahren in Russland. Morgen in fünf Tagen habe ich vor 44 Jahren Nebel betreten. Seitdem gibt es Litauen nicht mehr, weil ich es betreten habe. Da gibt es heute die Leute, die wollen das Litauen wieder einführen aus denselben Gründen. Drecker, solche Leute, die sagen, wir müssen doch wieder Rumänien, freies Rumänien schaffen. Wir haben es doch versaut. Das ist der Grund, wieder vorzugehen. Hinter Europa verstecken Sie sich. Nein, wir wollen nichts ändern, keine Grenzen, nichts. Ich habe ja gestern zugehört. Wir wollen vorgestern auch. Wir wollen nichts ändern. Wir wollen ein vereintes Europa. Und? Gehört die DDR zu Europa? Ich glaube nicht. Zur europäischen Gemeinschaft? Ich glaube nicht. Er gehört Hongkong dazu. Also sind wir stolz auf zwei Deutschland und arbeiten darauf hin, dass wir UNO-Stadt werden. Wir retten damit auch New York. Gehen wir denn unter als UNO-Stadt nahe? Die Hälfte UNO-Stadt, Hauptquartier natürlich. UNO-Hauptquartier, die Hälfte Ost-Berlin, die Hälfte West-Berlin. Damit, also haben wir die nächsten Tage. Es würde sogar Hitler gefallen, die Idee. Genehmiglich, tausend Jahre, würde er sagen. August der 13. Oder, das Ding hat ja jetzt eine Spitzbahn. Die Berliner Mauer. Unsere Gedächtniskirche für Gehirnpigmen. Unsere Berliner Steinlinie. Unsere ständige Stabhochsprungmöglichkeit. Diese Woll. Die Ulbricht-Barrikade. Die Nikita-Krutschow-Geisel. Die blutigen Rolling Stones im Herzen des braunen Riesen. Die Mördersteine von Peter Fechter. Der Zaun der Gottlosen und Atheisten. Die Mauer. Eine Bauhausproduktion aus dem Hause Stasi. Die geistloseste Idee seit dem Steine-Jungen von Bethlehem. Ein Plakat für Brutalität und Ohnmacht. Die Mauer. Sie steht einfach immer noch. Der schiefe Turm von Pisa und die chinesische Mauer sind gerade weg. Nichts gegen dieses Berliner Ding. Gelegenheit für Graffiti und Schüsse ins Flüchten des Menschenfleisch. Zigeule an die Mauer schrie 1963. Gütergras. Es hat nicht genutzt. Es wird immer noch. Hemmungslos. Scharf geschossen. Beziehungsweise Erich lässt scharf schießen und nimmt 25 Mark Eintritt dafür. Er könnte 50 nehmen. Für Einreisende nach jenseits der Mauer. Denn die Mauer hat ihr Gutes. Dieser steinerne Sowjetfehler ist ein rosa-roter Ernst-Euter-Erfolg geworden. Schaut auf diese Stadt. Seit es die Mauer gibt, sind wir eine einzige Großfamilie in West-Berlin geworden. Unsere Umgangsformen haben sich seit jenem 13. August völlig verändert. Die Schandmauer hat uns zu feuerfesten Sozialdemokraten gemacht. Seitdem sprechen wir nicht Hochdeutsch, sondern Hochdutschke. Die Trennsteiner haben zu einem Ostzimmer geführt und zu einem Westsalon. Es gibt Geld für Standortbenachteiligung. Es gibt Vorteile steuerparadiesischer Art. Es gibt wonnende Gewöhnlichkeit. Im Europacenter, Traumschiff, ICC, der Bauboom, ein Mauerprodukt. Die ständige Anklage mitten in der Stadt, quer durch den Salon. Und doch würde Kennedy nicht mehr rufen, ich bin ein Berliner. Ich bin ein Mercedes, würde er heuer den E-Punkt treffen. Und hinter all dem noch mehr, die Mauer als Energiespender. Seit die Ostberliner Soldaten die Steine geschichtet haben, sind durch zwei Millionen Westberliner Gehirne ununterbrochen Ideen produziert worden, wie man diese Gemeinheit überwindet. Durchlässig, kleine Schritte, Passierscheine. Und wie man es schaffen kann, dass dieses Ding einen gar nicht tangiert, wenn man hier schon mal lebt. Was nicht mal der Zweite Weltkrieg geschafft hat, die Mauer hat es gebracht. Die ekelhaftesten Leute haben die Stadt verlassen. Nur die Verrücktesten sind in Berlin geblieben. Menschen, die es ganz gern haben, wenn privat und öffentlich nicht mehr zu unterscheiden ist. Denn das hat die Mauer, das hat die Mauer uns beschert. Eine städtische Intimität, was noch nicht einmal das Westberliner Regionalfernsehen vertuschen kann. Wenn die Abendschau über die Mauer berichtet, liegt meistens düstere Musik drunter und der Sprecher tönt mit Bußtagsstimme. Der so und so fehlte Mauertote. Ach Deutsche, schieß doch nicht auf Deutsche. Und spätestens da kommt man wieder drauf. So fantastisch die Mauer unsere Lebensqualität beeinflusst, unser Bewusstsein öffnet, unser Lebensgefühl anstachelt, An manch falscher Abendschau-Beneigung kommt man unweigerlich zum Impuls. Die Mauer ist gebaut worden mit den widerlichen Gedanken, ein paar Tote könnten Millionen Tote sparen. Das ist ungefähr so eklig wie Deutsche, schieß doch nicht auf Deutsche. Wenn Erich Honecker die Mauer morgen abreißen lassen würde, er würde uns nicht nur unsere Touristenattraktion nehmen, er würde uns... Ich will mir gar nicht ausdenken, was er uns alles nehmen würde. Wäre ich ehrlich, ich würde auch einen Tuffi erhöhen, denn die Mauer, die gehört zur Überflussgesellschaft. Und die Überflussgesellschaft verfällt. Und das erhöht die Preise. Logo! Wir haben hier jetzt noch bisher nie gezeigtes Material, was noch nie irgendjemand gesehen hat. Also Sie sind die Ersten, die das jetzt sehen werden. Und das ist der 6. Dezember, 6.12. 1983, da hat er hier seinen 60. Geburtstag gefeiert. Er ist in die drei Tornados aufgetreten, es waren viele Leute da. Er ist aufgetreten, hat mit den Leuten geredet. Es hat noch nie irgendjemand gesehen. Sie sind der Erste. Viel Spaß mit Wolfgang Neuss. Aber was sagen denn die anderen? Wie wird denn das? Ihr könnt euch doch was gefasst machen, ja? Denn das kommt hier raus. Das ist nicht allen gefallen, weil ich keine Zähne habe. Das ist aus einem anderen Grund. Mein Gesicht sieht zur Zeit aus wie meine Hand. Verstehst du? Kann nicht sein. Muss das erst mal weg. Und da sind wir wieder bei den Waffen. Mit der Hand und beim Gesicht. Und Ende des Krieges, ja? Und haben wir also die Wunderwaffen gekriegt. Und warum klappt es nicht mit dem Aufschwung? Jetzt mal ehrlich, es klappt ja wirklich nicht. Weil es nicht der Enkel Adelnauers ist, sondern der Enkel Heinrich Lübke ist der Helmut Kohl. Darum klappt es nicht mit dem Aufschwung. Ja, das ist keine besondere Überachtung. Das wusste ich, das wusste ich vorher. Das kann man nur nebenbei sagen, weil der andere sagt sofort... Ja, aber du merkst, Juppi, wenn du nichts mehr machen kannst, machst du dir wirklich eigene Gedanken und konferierst. Verstehst du? Vorhin die Nummer von dem Weißen, ja? Hast du gesehen, dem hast du immer zugehört. Das meinte ich mit dem Austrier. Der hier stand, wo der abgefahren ist mit dem Ausschreier. Das ist es. Den musst du wegziehen. Der Ausschreier gehört nicht zum Fabrikzeugus. Habt er nicht nötig. Ihr habt nichts zum Ausschreien. Ihr seid ein Zeugus zum Fühlen. Hast du verstanden? Das ist nochmal wieder nebenbei. Ich wollte dir sagen, das war ja dicke vorhin, ne? Ja, weil ich echt wütend war. Weil ich immer gut vorbereite. Ich hab doch die Tomates auch gut vorbereitet, ne? Ich hol das immer wieder zurück, weil es muss immer wieder dran sein. Verstehst du? Was war denn nun heute die Nachricht des Tages? Mit den Waffen, Wunderwaffen, wissen wir ja noch schon. Und was ist denn noch nun in der Nostalgie? Was war denn nun die Nachricht des Tages? Also ich mach's kurz, die Nachricht des Tages war, kam natürlich wie immer, wenn Langeweile ist, aus Bayern. Und da war die Nachricht des Tages nicht etwa die Flick-Affäre an sich, zu der wir ja unserer eigene Ansicht kamen, wir stehen auf Korruption, wir wollen Türken werden, wir wollen Juden werden, wir stehen auf Korruption. Wieso sind denn die Türken, die sind immer korrupt gewesen, wir wollen das jetzt auswählen, wir machen diese Sauberkeit nicht mehr, ja? Wir stehen auf Korruption, im Kleinsten, im Größten, also Fick-Affäre ist für uns eigentlich eine Affäre, du darfst du auch nicht, hast du gut gemacht. Das ist eigentlich die Stimmung von mir, ja? Also jetzt, folgt auch, ist ja klar, das war ja ganz gut beschrieben, aber gerade der. Naja, gerade der. Und jetzt, ähm, Konzentration, verstehst du, ihr macht ja mit. Merkt schon wieder, kann sich nicht konzentrieren daran, ist krank, wa? Ne, ich brauch ja da einen Schritt, damit ich mich nicht konzentrieren kann. Das ist es doch. Wo haben wir stehen geblieben? Da macht den Mann, das hängt immer hier, ja? Aber beim Mikro geht das nicht, da hörst du sofort nichts mehr, da hörst du sofort nichts mehr, verstehst du? Ja, wo haben wir stehen geblieben, Herr Schalter? Was? Bayern. Bayern, danke, das war nur echt ein Stichwort, ja? Weil du die Nachricht hören willst. Sag ich doch, die Nachricht des Tages ist immer gleich die Botschaft. Man kann die nächste Woche Leben danach einrichten. Also Leute, die haben doch vorhin ja auch die drei Polizisten gespielt, da hat man doch deutlich, ich hab gedacht, ach, das könnten die drei Polizisten von dem Buback sein, die mit erschossen wurden damals, von Badermainhoff. So sehen die genau aus irgendwie. Weil die dann denkt, okay, da Ponto ist ein Name, Schleier ist ein Name und das war die Nachricht. Da sagte der Geschäftsführer Tandler von der CSU, was sagen Sie denn nun zu dem Brauchungsblickkanal? Da hat er ein bisschen gestottert und kam wie durch ein Wunder, wie durch eine Droge also, auf den Namen Ponto und Schleier. Sodass das also jetzt nun endlich, es stellt sich erst daraus, ich vermute es wieder nur, dass das nun wirklich keine Linkstoten sind. Die beiden scheinen Rechtstote zu sein, um das mal so brutal zu sagen. Ja, es ist nämlich scheißegal, was für Tote das sind, wollte ich noch sagen. Aber es ist doch interessant beim Klatsch, meine ich. Wenn wir schon klatschen, dann klatschen wir richtig, wa? Ich meine ohne Applaus. Ja, ja, manchmal gelingt mir noch was, aber nicht immer. Ich sage von 90% Sachen Binsenweisheiten, verstehst du? Und hier habe ich ja keinen Text, muss mir also einzahlen, macht nur der Shit, Neuss ist gar nicht. Neuss würde hilft, er hätte ohne Manuskript nichts zu sagen. Ohne auswendig zu lernen, nichts zu sagen. Aber der Shit bringt mich in die Gelegenheit, demnächst in diesem Theater, wenn ich besser aussehe, dass ich nichts mehr aufschreiben muss. Tatzkolumnen fallen flach, ich spreche nur noch Tatzkolumnen. Ach, das wollte ich euch mitteilen, die Tageszeitung wird überlegen, nicht weil ich da, im Gegenteil, wo ich anfange, geht es meistens ein. Aber wir haben uns diesen Geburtstag benutzt, um den Spiegel anzuzatzen. Und das machen wir jetzt auch auf die Meditative, wie ich schon geschrieben habe. Wir brauchen reiche Leute um mich herum, sonst macht uns das Arbeiten links den Spaß mehr. Wir müssen sehen, da ist rechts noch was. Na gut, dann machen wir noch ein bisschen links. Hast du verstanden? So ist es ja heute, ne? Und vergesst nicht, Werner Fink hat schon vor 30 Jahren in Deutschland die Partei der radikalen Mitte gegründet. Und das war schon mindestens das, was Gras heute macht, indem er nicht nur als Schriftsteller innen tätig ist, sondern eben auch immer sich wieder zur Verfügung stellt für Scheiße. Und das hat auch dieser Werner Fink schon gemacht, darum wird er unterbewertet, ja? Während ich das überhaupt nicht machen kann, weil ich unseriös bin, verstehst du? Aber nur um ein kleines Grad, im letzten Moment will ich immer seriös sein. Aber immer mehr merke ich, das ist ja ein dringend neues Seriös. Ja, also der bayerische Tandler sagte da plötzlich, der Ponto und der Schleier und dieser Brauchert, und das ist ja ein Justizskandal, sagt er. Ich habe mir gesagt, heute nachmittags sage ich noch zu meinem Freund Müller, der sitzt da hinten, hat noch nicht einmal aufgelacht, ist, dass es nicht viel los ist heute Abend hier, ja? Und da sagt er plötzlich, ja, der Ponto und der Schleier und Müller sagt heute noch mal, ich sage, dein Dackel hieß doch Kari, nicht? Sag mal, die ganze Flickaffäre ist natürlich, Korruption mit Mord ist nicht drin. Also Amerikanisch bringt das nicht, so wie die amerikanischen Gemeinschaften. Ich sage, dein Dackel Kari wird die ganze Sache noch aufklären, Müller, pass mal auf, sag. Und wir lachen ab, ja? Weil doch der Kari ist, der doch auch noch ein rechter Tod hat sein, Lust, das sind dann schon drei. Und das hat der Spiegel noch nicht, das habe halt schon ich, ja? Und das meine ich mit der Nachricht des Tages. Da bin ich doch ein sicherer Kabarettist, wenn ich durch Shit an der Nachricht des Tages bleibe, wie kein Sender dran bleibt. Weil ich höre erst die Nachrichten, die die ja mit Alkohol hören, ja? Auch von DPA und von überall. Und dann höre ich mit Shit die Nachrichten und dann mache ich sie erst, die Nachrichten. Weil die hören sich ja mit Alkohol, die hören ja nicht richtig. Ich meine, nichts gegen Alkohol ist ein großer Freund von mir, weil ich verehre ihn, ohne ihn zu benutzen. Das ist doch das Beste, ne? Verehre ihn, ohne ihn zu benutzen. Ja, jetzt wird es müde, wo ist die Musik, warum bauen Sie sich hinter mir nicht auf? Ein Profi würde sagen, wenn die jetzt sitzen, kann ich langsam zur Schlussfolgerung bekommen. Was haben wir noch vergessen, was habe ich angesprochen? Es muss sich ja immer wieder zusammenfügen. So schreibe ich ja auch die Kolumnen. Darum, die von Radio Südwestburg, sagt mir, Herr Neuss am Telefon live heute Morgen. Herr Neuss, ich verstehe nur nicht, was Sie in der Tat schreiben. Ich sage, Sie meint, wenn ich so schreibe, man kann doch jetzt in dem Sitzen sterben. Nee, sagt sie, ich verstehe fast alles nicht. Ach, dann sind Sie von dieser anderen. Ja, jetzt weiß ich. Die gehören dazu, sagen Sie, 50% dürfen nicht verstehen. Weil das ist immer auch bei den Tornados. Hier müssen immer Leute dabei sein, die nicht verstehen, weil das sind doch die anderen, die sagen, das ist immer wieder das Gleiche. Hierarchie im Geist, Sie sind intelligenter als die anderen. Immer das Gleiche, da kommt die größte Komik bei uns. Hast du da einen Juppie gesehen? Ich habe doch schon behauptet, der ist Löwe als ich. Kam doch ganz total an hier, ja. Und das ist das Brutale an der Kunst, wollte ich sagen. Gut, habt ihr euch aufgewollt, ich habe es kaum gemerkt. Ich wollte heute Abend jetzt sagen, ich mache es gut, aber du kannst noch zuhören. Die drei Tornados, die kamen also an und haben mir folgendermaßen gratuliert. Der Günther kommt nah an mich dran und sagt, ich würde dir ja gratulieren, aber hier ist doch so eine Hochhaltung. Hier ist doch so eine Hochhaltung. Ich sage, was ist denn hier für eine Hochhaltung? Also pass mal auf, sagt er, ich muss nachher irgendwo hin um die Zähne, also wir müssen gleich dran sein. Ach, das ist ja wie am Varieté früher, ja. Da kamen die zu mir und sagten, da ist gar nicht viel drin. Da haben die in der Garderobe gesagt, ja, das ist gut. Ja, ich weiß. Und, lass ihn nicht gut werden. Warum nicht? Na Mann, da kommt doch unsere Nummer nicht mehr an. So denken die Artisten alle, ja. Verstehst du? Und da kommen die also vorhin zu mir um sieben und sagen, wir müssen weg. Und ich sage, ach, und ich wollte folgendes machen. Ich wollte eine Stunde arbeiten, ja, richtig gut arbeiten. Wollte immer sagen, Tornados, sind die noch da? Ich sage, warten, sollen warten, die kommen gleich dran. Da gab es mal ein Konfrancier, Fritz Grünmuss. Der hat alle Nummer, die er ansagen musste, schlecht gemacht. Also schon vor 50 Jahren jetzt, den haben natürlich die Nazis in KZ umgebracht. Der hat also die ganze amerikanische Darung von vielleicht heute noch, aber gestern, schon damals gemacht. Der kam raus und sagte, ach, da sind sie ja immer noch. Jetzt, äh, äh, jetzt kommt eine Tänzerin. Die Tänzerin. Sie tanzt den Blues. Wenn sie den Blues noch getanzt hätte. Und einmal hat er einen Tipp von hinten gekriegt und flog in die dritte Reihe, ja. Hat aber dem aus der dritten Reihe noch mit einem Terz, der hier rein vorgeantwortet, ja. Mein lieber Mann, das musst du erst mal machen. Aber das sind so Internas, ja, aus dem ganz Internen, nicht? Nee, ernsthaft über Tornados zu meckern, ist nicht drin. Also ein Zeitungskritiker kann die nur loben. Und da können sie noch 100 Jahre spielen. Da, 100%ig. Nur vorne an der Spitze zu bleiben im Rock'n'Roll-Kabarett, das ist auch nicht mal so einfach wie Rock'n'Roll, das vorläufige Frankfurter Fronttheater, empfehle ich allen, ja. Denn nur dadurch, dass man ein bisschen mehr Interesse hat, wie gut sie eigentlich sind, genau wie bei Bufa Fabrikzeugen, ein bisschen mehr Interesse zeigen, aber sagt die Abendfahrt, so gut sind sie doch gar nicht. Ja, ihr merkt es natürlich als erstes, die Idioten, ja. Weil die werden immer besser dadurch, dass man bemerkt, dass die, und so geht es jedem, also jedem, der heute noch sowas macht. Haben wir noch was zu erledigen? Wollte ich sagen, ach, was, was Dana Fink immer gemacht hat, auch noch. Hat doch jemand eine Frage? Ja. 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 Also nichts Witziges, nicht? War traustiglich. Ist klar, soll ich mir eine stellen? Neues, wann sitzt du denn nun wieder auf hier, ja? Wann legst du dir mal was zurecht? So geht es ja nicht, wie das jetzt noch ist. Doch klar, ich mache es locker. Und ich habe euch ja vorher gewarnt, und habe den Tornados noch einer sprechen lassen, und ich habe gesagt, na ja. Also wenn ich auftrete, denn natürlich, also wenn das noch jemand will, denn natürlich, gut, das merke ich ja, ne, denn natürlich im Bufa Fabrikzeug ist, ich bin also schon, gehöre hier dazu, jetzt habe ich mir schon wieder beim Sitzen vorhin überlegt, jetzt weiß ich schon wieder was kommen. Hoffentlich nicht. Verhindert das mit, also meistens ist es so, ich gehöre also jetzt hier dazu, wenn ich wieder auftrete in der Manege, geht auch sehr gutes Kabarett in der Manege, kann man machen. Also, was passiert? Die werden den Leuten zusetzen. Habe ich nur für einen Diefen in den Kopf, die werden den wieder zusetzen, ich bin wieder da, der einzige Popelprominente, den sie haben, mit mir fängt es wieder an, die müssen Miete erhöhen, keinen Mietvertrag, die ganze Stadt steht, das machen wir nicht. Machen wir nicht. Ich finde, wir setzen jetzt mal, ich versuche das am Montagabend, äh, übermorgen Abend beim Waldsecker, ob ich ihm das privat außerhalb des, aber ich kann es ihm auch öffentlich sagen, es wird besser, äh, dass die Miete hier mal gestrichen wird, weil dann werden die echt besser, das könnt ihr im Frühjahr, den neuen Schulz beobachten, wenn die nicht mehr am Tag die 400 Mark einspielen müssen, dann sind die auch nicht mehr so scharf auf euer Geld. Tschüss. Der nächste Auftritt ist vom 6.12.83, auch an seinem 60. Geburtstag, und er redet dort über ein Thema, ist nicht so lang das Stück, aber haben wir extra, an der Extrastelle gesetzt, er sagt noch mehr darüber, aber er sagt mal etwas da über Drogen, und vielleicht sollten Sie das mal wissen. Also, viel Spaß mit Wolfgang Neuss und Haschisch. Das heißt, wenn ein Kabarettist, die Stachelschreine, die Lachenschießgesellschaft, Inge, jeder Kabarettist, der einen Joint braucht, zwei, hört sofort auf, Kabarett zu machen. Das ist das Erste. Theaterstuhl, nichts, klar, nichts. Das ist das Erste, das ist das Natürlichste, echteste, Beste, was es vom Shit für einen Künstler als erstes gibt, du hörst auf. Also rauchen die wenigsten Künstler Shit, ist das klar? Weil das ist schon klar, der Existenz, ist schon klar, der Existenz gab es beim Joint Entschluss. Also muss man bei denen vorsichtig. Ich wollte dem Dieter Hildebrandt schon vor 15 Jahren Kongo-Gast geben. Und wenn ich die weiße Hand von Sammy Drechsel von hinten gekommen wäre, dann wollte ich das weiter existieren. Wäre der Hildebrandt heute ein glücklicher Mensch, aber kein Kabarett mehr. Wir kommen jetzt zur letzten Aufnahme, zum letzten Auftritt von Wolfgang Neuss. 7.12.1988, also ein halbes Jahr bevor er gestorben ist, am 5. Mai 5.05.1989, am Geburtstag von Karl Marx ist Wolfgang Neuss gestorben. Und Sie merken gleich am Anfang, wenn er auf die Bühne geht und bevor er überhaupt die Gäste begrüßt, die hier sind, er sagt, was nützt das alles, was nützt das alles. Und da weiß man, dass er wusste, dass er nicht mehr lange ist auf dieser Welt. Und ich habe diese Aufnahme gemacht, also ich war der Kameramann und ich muss sagen, manchmal ist es unscharf. Es war kein Kameramann da, es war einer bestellt. Aber ich kann Ihnen sagen, was er, machen Sie wieder, wie er sagt, der Ton schön laut, weil das ist ein Hörspiel zum Gucken. Und was er da über Deutschland sagt, über Nazis, über Juden, das haben Sie noch nie vorher gehört, weil es noch nie jemand gesagt hat. Also, sein Vermächtnis an uns, Wolfgang Neuss. Aplausos Aplausos Was nützt das alles? Guten Abend, meine Damen und Herren. Gestern hat einer gesagt, dass so ein raffinierter Hund, der Neuss, geht da ins Ufergelände einmal im Jahr, um mal wieder Gesichter zu sehen und lässt sich das bezahlen. Ist ja unglaublich, um gleich mal das Säkularisierte wieder vorne anzustellen. Denn, also, ich freue mich wahnsinnig, ehrlich, mehr Applaus als gestern, muss also gut gewesen sein gestern, ja? So denke ich immer gleich Profi, immer Profi. Nee, ich wollte mal Folgendes sagen, ach, guck mal an, heute Abend auch aus Emden, ja? Oder? Warnemünde? Damit muss man jetzt auch rechnen. Also, als Kabarettist, den mache ich ja heute Abend nicht, weil die Tornados sind hier, was soll ich da noch? die sind einfach besser, man ist alt geworden auch, das gebe ich zu, ohne weiteres. Alt geworden heißt, man will nicht mehr diesen Blödsinn machen. Naja, also der langen Rede kurzer Sinn, heute Abend machen wir es ernst, weil ja kommt ja auch ein heiterer Film. Ich wollte Ihnen nur sagen, ich mache es deshalb ernst, weil ich habe alles, können Sie sich ja denken, wenn ich Sie schon mal sehe, herbstlichen guten Abend, dann möchte ich auch das Beste bringen, erstens, was ist das Beste, was ich geschrieben habe, zweitens, das Beste, was in der Luft liegt und woher wissen Sie denn, was in der Luft liegt? Können Sie ja nicht wissen, Sie lesen ja die Taz, gell? Stimmt doch, ne? Oder? Oder lesen Sie nicht die Taz, dann muss ich nämlich erklären, was los ist. Da ist ein Herr Kapielski in den Dschungel gegangen, kennen Sie den Dschungel? Der Dschungel ist hier in Berlin so ein Aushängeschild, da, guck mal, wir sind auch Amsterdam, sowas, ja? Also da geht der Dschungel, da sitzen die in der Ecke und hauen sich den Gin hier rein mit Spritzen, ne? Und hier in die Nase tun sie Wodka und was nicht alles, ne? Und da kommt er da rein und kriegt das Wort Gaskammer voll in den Mund und schreibt es in die Taz. Und da geht ein Aufstand los. Jetzt würde ich gleich ein vernünftiger Jude zu mir sagen, Wolfgang, wir hatten eine Langeweile, der Aufstand musste losgehen. Stimmt, sage ich, die Debatte sieht so richtig aus wie ein Kaugummi, da hast du recht. Also da gibt es nichts. Aber, es ist das Thema, Jenninger, es ist das Thema, es ist vergessen worden. Völlig vergessen die Untaten der Grünen, warum sie sich jetzt zanken müssen, weil sie einen einzelnen, 72-jährigen, alten Nazi, der nur gesagt hat, vor zehn Jahren, ich bin kein Nazi mehr. Ich habe alles eingesehen. Ich habe bereut. Ich bin tätig. Herr Vogel, 72 Jahre, sollte Parlamentspräsident werden. Sie haben ihn nicht gelassen. Ihnen ging der Mut weg, den Grünen. Schweine, dummer Schweine, hätten uns die ganze Debatte, alles das, den ganzen Jenninger, die ganze Bitburg ersparen können. Wirklich wahr. Ich bin mal sauer auf die Tatschen, auf die Grünen. Muss ich mal sagen. Es ist die Hölle los. Ja? Auf der anderen Seite, wie sollen sie überleben, außer so? Ja? Muss man auch mal sehen. Ich kann ja nicht umsonst im Fernsehen sagen, Leute, ich bin vier Stunden am Tats kaputt und vier Stunden bin ich in Form. Das ist ja wahr. So ist man nun mal als Mensch. Die anderen wissen es nur nicht. Ist doch klar. Und so ist die Tats jetzt natürlich vor einem unerhörten neuen Aufschwung, das weiß ich schon im Hinterkopf, genauso wie man weiß, dass die Debatte über den Verfassungsschutz gar keine Debatte ist. Da hat er wieder gesagt, hier zu Mompa halb und halb hat der Diebgen haltet... Hat der Diebgen gesagt, kannst du das mit dem Verfassungsschutz, ich will die loswerden, weil die sind immer noch dabei, den Kunzelmann zu beschatten und weißt du, dass sie mich als Fluchthelfer noch drauf haben? Der Diebgen, ja? Das ist ja unerhört, sagt der Mompa, dich! Du hilfst doch schon lange keinem, wenn es das so gut hat. Aber ich sage Ihnen, seit diesem Weizsäcker-Interview, was man da sehen kann, hat der Diebgen sich völlig verändert, als er mal dabei gewesen ist. Wirklich. Unglaublich, ja. Ja, also ich bringe heute dieses Happy End Auschwitz, weil es ja hier, wie gesagt, er hat das Wort Gaskammer voll benutzt, ich wage es nicht zu benutzen, weil ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin ja seit Jahren angeschossen. Wirklich, ich bin ja ein wirklich ein gelernter Antifaschist, ja? Also, von der Pike auf und ich bin seit Jahren angestoßen, wenn ich hierher fahre, zum Beispiel am Tage, dann lese ich aber wirklich über 100 Meter lang Deutsche Vergaseranstalt. Ich weiß, wo es steht. Auf dem Wege nach hier. Deutsche Vergaseranstalt. 1,50 Meter hoch, jeder Buchstabe. Und vor mir fährt ein Taxi, da steht drauf KZ 525. Nun sagen wir mal, was das Wort Gaskammer voll dann soll. Die ganze Stadt ist voller solcher Synonyme. Warum sollen wir denn auch daran... Also, wir hatten 14-Jährige ja gesagt, ich will nicht sagen, dass es glücklich ist, dass ihr Holocaust gemacht habt, aber, dass ihr uns das hinterlassen habt zum Aufräumen, finde ich glücklich, das wäre sonst langweilig. Es ist was Wahres dran. Wir sind also, wenn wir so in 8 Wochen, 8 Jahre, 80 Jahre, so weit wären zu sagen, ein Glück, dass wir die Sache noch zu erledigen haben. Denn es... Ich hätte mich auch längst davon abgelassen. Längst hätte ich gesagt, Mann, so ein Bart, hör auf, hast du ja alles hinter dir, musst du ja nicht mehr... Wir haben gar nichts hinter uns. Wir haben nach dem Geld geguckt, genau wie die Israelis. Die haben gesagt, na Mann, homosexuell sind wir nicht, die Arier und die Juden? Na dann Geld her. Seitdem ist ja jede Religion säkularisiert und das ist ja auch nicht schlecht. Und die Deutschen haben gesagt, pass mal auf, wir müssen den Israelis Geld geben, Amerika Geld her. Wir müssen den Juden Geld geben. Also wir haben uns am meisten gedrückt von allem. Wir haben eine Art von Antifaschismus entwickelt, die wirklich nichts war. Wir haben ja nicht mal verstanden, was Faschismus ist. Und da muss ich auch mal sagen, also das Gedicht heißt Happy End Auschwitz. oder wieder mal als Kabarettist, so kam Kain, das ist der Berühmte von dem Abel, der Kain, ja, zum Kabelfernsehen, ne? Ja, und der Anlass ist eben dieser Kapjelski und dem danken wir nun alle, dass wir über unser Thema reden, ohne dass wir uns, sagen wir mal, anstrengen müssen, ohne dass wir Blut rühren müssen, ohne dass wir in die Knie gehen müssen, wie Willi noch damals, ja, in ne, wissen Sie, es gab ja eine Zeit, da hat man tatsächlich mal nichts fürs Geld gemacht, wisst ihr das? Und war trotzdem kein Idealist, immer noch Mörder. Ehrlich, es gab eine Zeit, ich weiß, die Neger, da durfte so ein Typ wie ich gar nicht auftauchen, der wurde sofort erschlagen. Sofort. Warum? Na, der macht Witze. Ach! Und? Ja, die will ich machen. Was denn? Der Neuss macht Witze und jetzt sitzt du da als König Kongo und da willst du die Witze machen? Ja, hau ich mal einen auf den Kopf, fällt er um und der Geist geht auf mich, dann hab ich ihn. So wurden die Morde früher gemacht. Hast du verstanden? Voodoo, Voodoo. Du musst nicht mehr gesenkten Hauptes auf die Knie fallen, bei Buchenwald, schüchtern, sprachlos werden oder bei Bergen-Belsen rechnen mit verbrannten Körpern. Wie konnte das nur die Deutschen Schlechter und der Afrikan Voodoo-Voodoo-Kult, die Gas-Germans, die Abspritzer, die Krüppelschläger, die Krüppelschläger. Warum hat mein Uropa Erich Müsam dreimal ins Gesicht geschossen? Warum? 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 Der Bleistift-Töter Adolf Eichmann, entfernter Verwandter von mir. Meine Oma hat ihren Sohn Erich so lange gehetzt, bis er in Stutthof oder was in Treblinka 14 polnische Jüdische mit Spaten erschlagen. Mit Spaten erschlagen. Wie kam denn das? Es ist nämlich jetzt lange her und könnte mal in langer Zeit wieder sein. Meinst du nicht, dieses Schlachtenboden, Blutrausch und so? Wenn wir nicht in dieser Sekunde den letzten Auschwitz geistlich zurechtlegen und unserer deutschen Sehnsucht gemäß ein harmonisches Happy End machen. Voodoo-Voodoo-Zeit ist Zeit von Menschen, die keinen anderen töteten wegen irgendwas Materielles. Nein, es war verpönt, wegen Geld zu töten. Stell dich auf den Kopf, aber die Zeit gab es, wo man nur wegen des reinen Geistes tötete. Denk jetzt nicht an den letzten Opium-Kweg in Burma, denk an Voodoo-Voodoo. Wir haben die Millionen von Juden getötet, weil wir ihren Geist liebten, hassten, liebten, hassten. Wir haben die Millionen von Juden und Ostmenschen, die mit ihren krummen Nasen, die Händlernaturen, die Karl-Heinz Bohrer, ZDF Löwenthal, Franz-Josef Strauß, Genscher, die Alternativen, all diese uns ekelnden Juden, Lübcke, Adenauer, FDP-Döring, Brentano, ja Mensch, sagt mir doch einer die richtigen Namen. Ich weiß doch keine anderen mit meinen 17. Wir haben nach dem alten Voodoo-Voodoo-Kult die schwarzhaarigen, krummnasigen, schmalstirnigen, die misslungenen, buckligen, levantinisch, unbelebten, haben wir sie endlich endgültig mit ihren untauglichen Körpern haben wir sie weggemacht und ihren Geist und ihren Geist geschluckt. Gierig, wie es eben ist beim arisch-jüdischen Liebesverhältnis. So ist es gekommen, biblisch, himmlisch, witzig. Wir alle, Helmut Schmidt, Olschwur, Zimmermann, Ernst Huberti, Porzellan, Rosenthal, Jupp Derwal, wir alle sind die Juden geworden. Unsere Köpfe sind voll mit ihrem Geist, deren Körper wir beseitigt haben. Unsere Herzen sprudeln über vor Hundeliebe und wir benehmen uns auch so gekonnt jüdisch in der Ägie und so. Längst läuft der Chorras als Ohnesorg herum und ich bilde mir schon lange einen Tucholsky ein, aber auch der Augstein läuft als Osjetzky durch die Welt. Warum soll Heino nicht mit dem Geist von Josef Wulf singen? Und die gestorbene Rumi Schneider kann ohne weiteres schon wieder mal die Rosa Luxemburg gewesen sein. Gerade im spekulativ kabbalistischen sind wir Juden heute stark. Sie staunen überall, wie wir rechnen können, Musik machen können, Dichten können, Schriftstellerei und so. Gleichzeitig haben wir aus Schimanski Siemens gemacht und Emil Janoschek hat ohne zu fragen, ob Juden überhaupt zur Bundeswehr dürfen. Ja, Juden, ja, aber keine Drogenabhängigen. Also verstehst du, Hendrik M. Broder, Brasser, ich ruf es dir frisch, fröhlich, frei, übers Rote Meer. Die Bundesrepublik ist ein jüdischer Staat. Sie bekennt sich dazu. Ein für allemal. Wir haben es mit Wudu-Wudu getrieben, wir waren scharf und sind es noch auf den Geist eines ganzen Volkes, eines Stammes. Was aber ist das Besondere an diesem uns so in Rase versetzenden jüdischen Geist? Alles das, was wir an ihm hassten, ist das besonders Fantastische. Aber im Grunde sind wir nichts weiter als die Klügeren geworden. Wir wollten das immer, die Deutschen wollten das immer, die Klügeren Juden, die BRG, die DDR, Ostwest, Berlin, Happy End, wir sind die Klügeren Juden geworden. So kam kein zum Kabelfernsehen. Das ist nicht alleine unser Problem. Es gibt es gibt Leute, die haben nicht einen einzigen Holocaust hinter sich nicht einen Juden um die Ecke gebracht, noch nicht mal einen Armenier erschlagen. Und sind trotzdem mit dem Judenproblem dicker behaftet als wir. Gorbatschow zum Beispiel. Also Lettland, Estland und Aserbaidschan ist übrigens auch nur so eine Art Bayern, wollte ich mal sagen, damit Sie nicht denken, dass nur die Schlitzaugen wieder mal sind. Ja, jetzt sind richtige normale Leute, die halt nur eben Müsliener und also Khomeini ist alle, so eine Art da. Und da wollte ich sagen, die haben ja nun wirklich auch ein Judenproblem. Nicht wegen Katünen und wegen Polen, sondern die Russen erkennen sich in Juden überhaupt nicht. Die herrschen sich noch, die Arier, die Russen sehen sich immer noch als Antijüdisch sozusagen. In der DDR ist es so, dass man das Jüdische gerade noch im ZK, im Politbüro unter der Decke als Geist benutzt, aber nicht laut öffentlich zeigt. Es ist also tatsächlich so, dass wir hier mit dem Judentum überhaupt in der Welt umgehen, wie wir benutzen es, aber wir wollen nicht sagen, dass wir was machen. Das ist ja nun die einzige Form von Antisemitismus, die ich kenne, weil alles andere Antijüdischen. Ich habe immer gedacht, wenn ich so ein Gedicht mache wie das Judengedicht und das auch für Russen gilt, weil da in Punkten jüdisch noch schlimmer sind als wir manchmal, da wollte ich sagen, heute, heute, da wollte ich sagen, komisch, dass niemand in Berlin verstanden hat, dass der Neuss, wo er doch nun von der Pike aufgelandte Antifaschist ist, dass der Neuss sozusagen als Pfadfinder den Faschismus mal kennenlernen wollte, denn wenn man seine Ekstase in sich anmacht, nicht mit Alkohol, da ist man ja nur der unbewusste Nazi, da kann man machen, was man will, kommt immer wieder durch, aber ich bin am Tage mindestens viermal Faschist, das muss ich auch noch sagen, ja, ja ehrlich, ich meine, wir brauchen darüber, um den heißen Brei nicht herumzureden, dass wir Hitler immer noch nicht geklärt haben und Göring und Goebbels und die anderen klicken und das ist ein Drogenproblem, das ist, wir können auch nicht auf Amerika warten, dass die vorne weg gehen, das müssen die Deutschen schon mit sich selbst abmachen, warum der Adolf Hitler gesagt hat, Dr. Morell, geben Sie mir Perfettino nicht, mache das deutsche Volk glücklich. Ja, ist ja überliefert, ne, und Jagdgeschwader Richthofen, Göring, ein Morphinist feinster Klasse, ja, und Goebbels brauchte nichts einpfeifen, warum? Naturextatiker, ja? Von dieser Richtung sollten wir mal über das Dritte Reich diskutieren, öffentlich, Erwin Leiser sollte mal darüber machen, was diese Leute eingenommen haben, selbst dass der Röhm, der umgebrachte Schwule des Armern Röhm, Alkoholiker war, und so weiter, das ist ganz wichtig zu wissen für uns heute, ganz wichtig zu wissen, ja? Ich kenne Leute, die würden sofort aufhören, Alkohol zu trinken, wenn sie über den Alkohol im Dritten Reich mal hören so. Wirklich, das wäre eine Art von Antifaschismus, die ich voll unterschreibe, ja? Ich bin also immer noch auf dem Pfad, gegen mich zu sein. Haben Sie verstanden? Gegen mich zu sein. Ich bleibe Antifaschist, ich kann machen, was ich will, ich bin so erzogen, ich kann einpfeifen, was ich will, es nützt ab, aber ich dachte immer, die Leute werden sagen in Berlin, der Neuss macht es für uns. Rauch du mal nicht, lass das mal sein, schick dir mal den Afghani-Fluss, der durch Kabul geht, dazu waren die Russen doch da, und kommt nichts an. Er ist ja in Amerika, der Gorbatschow im Moment, da hat er sich ja wieder blamiert, der Hitler, der Helmut Hitler von der Zeit, ja? Ich sage zu ihm noch, du mit deinem Herzritmacher, jetzt bist du zufrieden mit den Russen, sagt er, was? Spinnst du? Ich warne morgen öffentlich davor. Ich sage, wieso das denn? Sagt er, was soll ich denn sonst noch schreiben in der Zeit? Wir können uns doch nur noch diesen rechten Leuten in Russland anschließen. Helmut Schmidt, ne? Hat er es nicht wieder gebracht? Also echt, ich wollte den Typen eigentlich nie mehr, ich dachte, ich hasse überhaupt keinen, aber Helmut Schmidt kommt Hass in mir auf. Also wenn einer rumläuft mit seinem Ding hier und sagt, naja, man weiß noch nicht, wie das ausgeht, denken Sie mal, der Mann, der kann ja wie heute aus heute, wie kennen die umgeheißen, ne? Nein, nein, Herr Buzerius, da haben Sie uns keinen Dienst erwiesen mit diesem Mann. Da können wir auch Ihre Zeitung nicht mehr lesen, das ist ganz klar, die Zeit. Der macht die wirklich zur Ziehharmonika. Ne, ich wollte Ihnen sagen, ich würde mich ja wahnsinnig geehrt fühlen, Sie wissen ja, ich bin ja immer Understatement Englisch, wenn Sie heute Abend tatsächlich auch wirklich ein bisschen wegen dem Filmgenosse Münchhausen hergekommen sind. Würde ich mich wahnsinnig freuen. Warum? Weil Sie sich ein Vergnügen haben. Also das ist ja nur der Glasnost-Film überhaupt. Ich habe Glück. also mit den Kellerkindern in Münchhausen habe ich ein volles Glück. Da bin ich ein Glücksjunge. Sie wissen ja, ich bin ja ein Bildkrebs, ne? Also ich bin nicht Schütze, ich bin eigentlich Schütze, ich bin nicht Stein, sondern ich bin Bildkrebs, ne? Ihr habt ja gesagt, den Krebs, den ich habe, den brauche ich, aber die Bildzeitung will ihn mir wegnehmen, ja? Und die Zülker und der Kambach haben die rote Karte jetzt endgültig gekriegt. Ja, weil es sind Schweine. Ich finde das eklig. Wenn ich was von mir in der Zeitung lese, darf es nicht eklig sein. Und das war eklig, ja? Und das ist nicht im Sinne des verstorbenen Kultusministers. Da sind wir also wieder bei Goebbels und da sind wir bei und da sind wir im Sinne von Kohl bei Gorbatschow und bei Gorbatschow ist es in Amerika und was wird da, also wenn ihn, pass mal auf, wir haben doch, da sagt einer zu mir, sag mal, bist du wirklich auf Kennedy abgefahren? Sag ich, warum denn nicht? Soll ich mich verstellen? Mir hat das Gesicht gefehlt, ich brauchte das Gesicht. Ich habe doch wieder an Gott geglaubt, als ich das Gesicht gesehen habe. Ach nicht, Führer, nee, dann bin ich weitergegangen. Aha, und Gorbatschow? Na, das ist doch nicht, das ist doch nicht mal, das ist doch nur ein fleißiger Arbeiter, nichts weiter. Das ist doch nur der Anfang. Da müssen Hunderttausende von Gorbatschow noch auftauchen in Russland. Dann stimmt's und er muss sie bringen, wenn's geht, ja? Den Mann kann man nur unterstützen. Geht doch gar nicht anders. Da kann man nicht sagen, das wird wohl wie ein Attentat sein. Klar, haben die Russen in Afghanistan den nachgemacht, den Vietnamkrieg. Die machen ja die Amerikaner überall nach. Aber da muss ich die Russen mal wieder in Schutz nehmen, auch wenn sie so antijüdisch sind in ihrem Gehabe, ja? Sie machen den Dreck nicht nach. Sie haben ja auch in Afghanistan sich anständiger genommen als jemals die Amerikaner in Vietnam. Also es ist nicht so, dass sie den Dreck von den Amis nachmachen. Und John Lennon und Kennedy, das können wir mal vergessen. Warum denn immer einen Attentat auf jemanden, der gute Sachen macht? Das müssen wir mal umdrehen auf der Erde, finde ich. Das geht so nicht weiter. Das geht so nicht weiter. Ja, Leute, dann kann ich euch nur noch den letzten Witz aus Kabul erzählen. Ja, meine Freunde kennen den schon, aber das ist in Kabul. Aber die Russen kommen aus Afghanistan nicht weg, nicht? Das ist ganz klar. Das ist ganz klar. Sie kommen nicht los. Das ist was anderes wie mit dem Heroin in Vietnam, ja? Das ist was anderes. Ne? Verfassungsschutz da? Ach nee, ich nehme das ja gar nicht ernst. Ist ja, wir wollen darauf gar nicht arbeiten. Wir brauchen sowieso kein Verfassungsschutz. Das ist das Beste an der ganzen Debatte. Wir brauchen ja kein Verfassungsschutz. Wir nehmen doch Kondome schon wegen der Gummiparagrafen, oder? Also, pass auf, warum der Afghani noch nicht durch Moskau fließt, dieser Fluss, ja? Und hier Anschluss, Schönefeld, und Sie wissen ja Bescheid. Weil die Russen, die Soldaten, sagen immer, weck da! Wir kommen nach Hause, werden entlassen, das Geschäft machen. Und die alten Alkoholern, Poliker aus Russland, sagen, nein, der Gorbatschow hat gesagt, ich soll kein Wodka mehr verkaufen, lassen Sie mich. Es ist ein Krach zwischen der Roten Armee und zwischen den Zivilschwarzmarkt-Händlern. Und da muss ich Ihnen sagen, die russischen Schwarzmarkt-Händler, da kommt kein Pole mit, kein Jude, kein Perser, da kommt, die sind unglaublich, ja? Freuen Sie sich auf was gar nicht. Also, der Witz geht so, ne? Die russische Armee ist noch in Kabul und der sagt, Herr Hauptmann, ich hab zehn Gefangene gemacht. Ja, bring sie doch her. Geht nicht, die halten mich fest. Nach den ganzen Auftritten von Wolfgang Neuss im historischen Kinosaal der Uferfabrik, Viktoriastraße, 10 bis 18, Berlin, wandern wir in Berlin, privat, erst einmal privat, von meinem Büro zu Wolfgang Neuss privat in die Lohmeierstraße Nummer 6 in der Nähe vom Schloss Charlottenburg und wir erleben Wolfgang mit einem Stück über Ernst Reuter, die Türken, ein Stück über die Nikita Krüschschoff-Geisel, die blutigen Rolling Stones im Herzen des braunen Riesen, im Sommer 83, ein Stück über Berlin und die Mauer, vollkommen unzensiert. Schaut auf diesen Mann! Ernesto! Er hat die Türken alle gebracht nach Deutschland. Er ist es! Großaufnahme! Türken! Euer Gott Ernst Reuter! Türken-Gott! 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 Das Ding hat ja jetzt ein Spitzbad. Die Berliner Mauer unsere Gedächtniskirche für Gehirnpigmen, unsere Berliner Steinlinie, unsere ständige Stab-Hochsprung-Möglichkeit, The Wall! Die Ulbricht-Barrikade, die Nikita-Krutschoff-Geisel, die blutigen Rolling Stones im Herzen des braunen Riesen Berlin, die Mördersteine von Peter Fechter, der Zaun der Gottlosen und Atheisten, die Mauer, eine Bauhausproduktion aus dem Hause Stasi, die geistloseste Idee seit den Steinjungen von Bethlehem, ein Plakat für Brutalität und Ohnmacht. Die Mauer! Sie steht einfach immer noch. Der schiefe Turm von Pisa und die chinesische Mauer sind geradeweg nichts gegen dieses Berliner Phänomen. Gelegenheit für Graffiti und Schüsse aus Waffen in Flüchten des Menschenfleisch, die Mauer. Zigeuner an die Mauer schrie 1963 Günter Grass hat nichts genützt. Erstens kam sie nur von einer Seite dank Ernst Reuter und es wird immer noch hemmungslos scharf geschossen beziehungsweise Erich lässt scharf schießen und nimmt 25 Mark Eintritt dafür. Da muss ich mal einen kleinen Einschnitt machen. Also 57 heißt es, der Strauß war doch und hat eine Milliarde und Leistung und Gegenleistung Leistung und Gegenleistung und 57 ist die Antwort ja wollte ich nur mal sagen von Erich 57 auf das Wort Entspannung 57 ist die Antwort für Kinder nämlich 57 er könnte sogar Erich ab morgen 50 Mark Umtausch für Einreisende nach jenseits der Mauer nehmen vielleicht nimmt uns diesen Film mal die DEFA ab das wäre ja mal ein Fortschritt die Mauer hat nämlich ihr Gutes da ist die DEFA interessiert dieser steinerne Sowjetfehler ist ein rosa roter Ernst Reuter Erfolg geworden schaut auf diese Stadt seit es die Mauer gibt sind wir eine einzige Großfamilie in Westberlin geworden unsere Umgangsformen untereinander haben sich seit dem 13. August völlig verändert die Schandmauer hat uns zu feuerfesten Sozialdemokraten gemacht seitdem sprechen wir nicht Hochdeutsch sondern Hochdutschke die Trennsteine haben zu einem Ostzimmer geführt und zu einem Westsalon es gibt Geld für Standortbenachteiligung es gibt Vorteile steuerparadiesischer Art es gibt Wonnen der Gewöhnlichkeit im Eurocenter Traumschiff ICC der Bauboom ein Mauerprodukt die ständige Anklage mitten in der Stadt quer durch den Salon und doch würde Kennedy heuer nicht mehr rufen ich bin ein Berliner ich bin ein Mercedes würde er genau den I-Punkt auf dem Pepperzentrum treffen die Mauer als Energiespender seit die Ostberliner Soldaten die Steine geschichtet haben sind durch zwei Millionen Westberliner Gehirne ununterbrochen Ideen produziert worden wie man diese Gemeinheit überwinden durchlässig kleine Schritte Passierscheine und wie man es machen kann dass einen dieses Ding gar nicht tangiert wenn man hier schon mal lebt was der zweite Weltkrieg nicht geschafft hat die Mauer hat es gebracht die ekelhaftesten Leute haben die Stadt verlassen und finden Berlin heute von fern von der Ostsee von ihrer Datscha aus Schleswig-Holstein kaputt wir können gar nicht kaputt genug sein in Berlin warum ich ablese die Sache ist so wenn ich schreibe dann bin ich immer ein anderer Tucholsky Goethe Schiller Müller Krause Ninoes sodass ich das was ich geschrieben habe mir nie merken kann sodass ich das was ich jetzt hier lese mir schon mal als ein anderer gedacht habe und jetzt selbst überrascht bin was ich da geschrieben habe es sind ja nach dem Mauerbau nur die verrücktesten Leute in Berlin überhaupt geblieben Menschen die es ganz gern haben wenn privat und öffentlich nicht mehr so richtig zu unterscheiden ist denn das hat uns ja die Mauer gebracht eine städtische Intimität was noch nicht einmal das Westberliner Regionalfernsehen vertuschen kann wenn die Berliner Abendschau über die Mauer berichtet liegt meistens düstere Musik drunter oder die Hanelqualle aus dem Karastalle siehste das soll ich nochmal machen wenn die Berliner Abendschau über die Mauer berichtet liegt meistens düstere Musik drunter ta 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 wuuu wie der Wall und die Hanelqualle aus dem Karastalle tönt mit Bußtagsstimme der so und so fehlte Mauertote ach Deutsche schieß doch nicht auf Deutsche und spätestens da kommt man wieder drauf so fantastisch diese Mauer unsere Lebensqualität beeinflusst unser Bewusstsein öffnet unser Lebensgefühl anstachelt an manch falscher Abendschau-Bemerkung kommt man wieder unweigerlich zum Impuls die Mauer ist gebaut worden mit den widerlichen Gedanken ein paar Tote könnten Millionen Tote ersparen das ungefähr so eklig wie Deutsche schießt nicht auf Deutsche klingt alles verlockend verlockt einen in die falsche Richtung wenn Erich Honecker die Mauer morgen abreißen lassen würde er würde uns ja nicht nur unsere Touristenattraktion wegnehmen er würde uns er würde uns er würde uns er würde uns ich will mir gar nicht ausdenken was er uns alles nehmen würde wäre ich Erich ich würde auf dem Fuffi Eintrittspreis erhöhen denn die Mauer gehört zur Überflussgesellschaft sie gehört inzwischen uns und die Überflussgesellschaft verfällt und das erhöht die Preise also erhöhen auf den Fuffi Eintritt Logo darum Zirkus und das mix zwei 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 fixes vier vier Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist meine Art, weil ich will das Jahr 2000 noch erleben, trotz Bild-Zeitung. Da läuft sie voll mit ab, ja. Man ist nicht gottbegnadet, sondern man hat einfach Glück mit sowas. Auch mit den Kellerkindern. Es ist das Thema, ich habe nachgedacht, was sagst du heute Abend den Leuten? Die haben ja den Eindruck, sie werden einmal im Jahr gestellt, weil Neuss mal wieder Gesichter sehen möchte, ja. Morgen kommen nochmal und dann ist es wieder erledigt. Weil, wie soll ich sagen? Naja. Wichtig ist, dass auch immer ein paar Hoffnungsträger in der Stadt sind, finde ich. Und wer heute Abend bei mir war, der hat wieder Hoffnung. Das weiß ich ganz genau. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. 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 Vielen Dank.